Die Geburt Friedrichs des Ersten Barbarossa aus dem schwäbischen Herrschergeschlecht der Staufer liegt im Dunkeln. Anfang Mitte Dezember 1122 könnte sie auf der welfischen Haslachburg nahe Ravensburg gewesen sein, vermuten die Historiker. Das ist keineswegs ungewöhnlich, denn damals, in einer eher bäuerlichen Gesellschaft, die vor allem nach dem Wechsel der Jahreszeiten lebte, hielt man die Geburtsdaten von Normalsterblichen oder von unbedeutenden Höhergeborenen nicht für besonders wichtig. Und wer konnte schließlich ahnen, dass dieser Spross eines schwäbischen Herzogs und einer welfischen Adligen einmal König des Römischen Reichs, ja sogar Kaiser werden, und als Heilsbringer, Endzeitkaiser, Messiaskaiser und selbsterklärter Retter der Christenheit weit über das kleine Schwaben hinaus seine Machtansprüche eines römischen Imperatoren mit Gesetz und Schwert verteidigen würde. Von besonderem Geblüt aber war Friedrich von Anfang an. Könige und Kaiser gehörten nämlich zur Verwandtschaft des kleinen Staufers. Sein Vater war der Stauferherzog Friedrich II., den man den Einäugigen nannte. Er hatte in fortgeschrittenerem Alter während einer der vielen Kämpfe gegen den mit den Staufern verfeindeten Sachsenkaiser Lothar III. ein Auge verloren. Kriegsversehrtheit galt jedoch als Makel, der Friedrich den Einäugigen am Ende sogar seinen Anspruch auf die Königskrone gekostet haben könnte. Seit dem Tode des letzten Salierkaisers Heinrich V. hatte er diese nämlich für sich beansprucht. Und das mit gutem Grund, denn seine Mutter und damit die Großmutter Barbarossas, Agnes von Weiblingen, war die Tochter des Salierkaisers Heinrich IV. gewesen und damit die Schwester Kaiser Heinrichs V. Bereits mit sieben Jahren war sie mit dem Schwabenherzog Friedrich I. verlobt worden. Mit der späteren Eheschließung seiner Tochter wollte Kaiser Heinrich IV. die schwäbischen Staufer als Belohnung für ihre Gefolgstreue in die Thronfolge einsetzen. Friedrich I. gilt als Stammvater des Staufergeschlechts. Nahe beim schwäbischen Göppingen hatte er, damals noch Graf, die mächtige und strategisch geschickt gelegene Stammburg der Staufer, Burg Stauf, auf einem kegelförmig herausragenden Ausläufer der Schwäbischen Alb, dem Hohen Staufen, errichten lassen. Mit 14 Jahren, also fast selbst noch ein Kind, brachte Agnes ihr erstes Kind zur Welt. Vier Jahre später, im Jahr 1090, kam Friedrich der Einäugige, Barbarossas Vater, als ihr drittes Kind zur Welt. Sein jüngerer Bruder Konrad, drei Jahre nach ihm. Er sollte eines Tages die Königskrone tragen. Das Schicksal der Agnes von Weiblingen ist eigentlich ein typisches Frauenschicksal des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Trotz kaiserlicher Abstammung war sie doch ihr Leben lang nichts anderes gewesen als eine herzogliche Gebärmaschine. Doch im Gegensatz zu vielen ihrer Geschlechtsgenossinnen muss Agnes geradezu ein Ausbund an Gesundheit und Belastbarkeit gewesen sein, denn sie wurde für damalige Verhältnisse sehr alt. Friedrich I. gebar sie elf Kinder. Als dieser, 1105, starb, war Agnes 33 Jahre alt. Frisch verwitwet galt sie, nun wieder verfügbar, als attraktive Bündnispartnerin für eine weitere Ehe. Ihr für seine Brutalität bekannter Bruder, Kaiser Heinrich V., gab sie denn auch gleich, ein Jahr nach Friedrichs Tod, seinem Kampfgegner, dem Babenberger Herzog Leopold, genannt der Fromme, zur Frau und bekam diesen damit auf seine Seite. Agnes, die Stammmutter der Staufer, zog also von Schwaben an die 700 Kilometer ostwärts nach Kloster Neuburg, nahe dem damals noch unbedeutenden Wien, und begann ein völlig neues Leben. Wie bereits in ihrer ersten Ehe nahm sie nun auch Herzog Leopold gegenüber ihre ehelichen Pflichten, treu und ergeben wieder auf. Dieser später heilig Gesprochene soll mit ihr in zwölf Jahren ein Dutzend weiterer Kinder gezeugt haben. Dennoch überlebte Agnes nicht nur Leopold, sondern auch die Hälfte ihrer Kinder und starb im damals hohen Alter von 70 Jahren. Eines dieser Kinder aus der zweiten Ehe war der spätere Bischof Otto von Freising, der Onkel Friedrich Barbarossas. Als einer der bedeutendsten Geschichtsschreiber des Mittelalters überlieferte er, zusammen mit seinem Sekretär Rahewin, die Taten seines Neffen Friedrich Barbarossa detailreich in einem Kompendium. Da der Auftraggeber dieses Geschichtswerks aber kein geringerer als Barbarossa selbst war, sucht man kritische Töne vergebens. Barbarossas Vater, Friedrich der Einäugige, war zusammen mit seinem jüngeren Bruder Konrad Stütze und Halt Kaiser Heinrichs V. Beide vertraten den Kaiser im Reich als dessen Stellvertreter, wenn er seine Kämpfe in Italien auszufechten hatte. Deutschland selbst drohte in jener Zeit der Zerfall. Blutige Kriege mächtiger Reichs- und Kirchenfürsten um die Vorherrschaft zerstörten Städte und Dörfer und hinterließen verwüstete Landschaften. Mehr und mehr Fürsten fielen von Heinrich V. ab. Friedrich von Schwaben jedoch war loyal. Er konnte ein gewaltiges Heer um sich versammeln und unterwarf das gesamte Gebiet von Basel bis Mainz. Mit der anschließenden Belagerung der Stadt Mainz allerdings machte er sich deren Erzbischof Adalbert zum Todfeind. Und das sollte noch Folgen haben. Alle seine Eroberungen sicherte Friedrich durch den Bau von Burgen oder die Befestigung bestehender Burgen ab. Dies muss in einer solch unglaublichen Geschwindigkeit geschehen sein, dass man von ihm sagte, »Herzog Friedrich schleppe am Schweif seines Pferdes stets auch eine Burg hinter sich her.« Aus Dankbarkeit für seine Loyalität erhielt Friedrich denn auch von Heinrich V. auf dessen Sterbebett die Königskrone und die anderen Reichsinsignien. Bis zur Zusammenkunft der großen Reichsfürsten nach seinem Tode sollte er sie sicher verwahren. Friedrich von Schwaben war sich der Größe der Aufgabe bewusst, die ihm der Kaiser stellte. Mit einem Trupp Berittener brachte er die Insignien in die mächtige Reichsburg Triefels, die hoch auf einem steil aufragenden Felsen gelegen, die Stadt Anweiler, damals noch Hofanweiler, überragt. Im Alter von 30 Jahren hatte Friedrich von Schwaben die Welfin Judith geheiratet, Tochter des mächtigen bayerischen Welfenherzogs Heinrich des Schwarzen. Der sollte seinem Schwiegersohn jedoch schon bald verräterisch in den Rücken fallen. Nach dem Tod Kaiser Heinrichs V. trafen sich im August 1125 alle großen Reichsfürsten in Mainz, um den neuen König zu wählen. Heinrich V. war kinderlos gestorben, und so galt Friedrich von Schwaben, Barbarossas Vater, der ja auch die Reichsinsignien bereits in seiner Gewalt hatte, als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Wahl. Doch der Gastgeber der Königswahl, Erzbischof Adalbert von Mainz, hatte die Schmach der Belagerung seiner Stadt durch Friedrich nicht vergessen. Mit Nachdruck setzte er sich darum für die Wahl des seit jeher mit den Saliern verfeindeten Sachsenherzogs Lothar von Süblinburg ein. Völlig überraschend wechselte dann auch noch Heinrich der Schwarze, Friedrichs eigener Schwiegervater, die Seite und stimmte laut und vernehmlich für den Sachsenherzog. Die Staufer fühlten sich vollkommen überrumpelt, und es kam zu handfesten Tumulten. Doch alles Wüten nutzte nichts, sie gingen leer aus. Lothar von Süblinburg erhielt die Reichsinsignien und wurde in Aachen zum römischen König gekrönt. Die Kaiserkrone sollte er acht Jahre später in Rom erhalten. Die beiden schwäbischen Brüder Friedrich II. und Konrad hielten zunächst still, als aber Kaiser Lothar die beiden aufforderte, ihr salisches Erbgut, das sie von Heinrich V. bekommen hatten, ihm zu übergeben, nämlich sämtliche Burgen und Besitzungen rechts und links des Rheins, war das Maß voll. Erbitterte Kämpfe zwischen den kaiserlichen Truppen und den Heeren der beiden Staufer, während derer Barbarossas Vater wohl sein Auge verloren hatte, waren die Folge. Wem damals ein solch tragisches Unglück widerfuhr, der konnte nicht mit Mitleid rechnen. Versehrtheit galt als Makel. Dennoch musste man sich glücklich schätzen, nicht die gesamte Sehfähigkeit verloren zu haben, denn Blinde erfuhren nur Spott und Gelächter, erst recht, wenn sie sich stießen oder stolperten. Aber die beiden Staufer waren trotz dieses Unfalls von Friedrich erfolgreich. Errangen mehrere Siege und schließlich griff Konrad sogar nach der Krone. 1127 ließ er sich im heutigen Rotenburg ob der Tauber als Gegenkönig ausrufen. Doch damit nicht genug. In Monza in Italien ließ er sich auch noch die eiserne Krone der Langobarten auf sein Haupt setzen. Kaiser Lothar hatte nur noch einen Trumpf in der Hand, seine einzige Tochter Gertrud. Die gab er nun, obwohl sie erst zwölf Jahre alt war, Heinrich dem Stolzen, Sohn des Welfenherzogs Heinrich des Schwarzen, zur Frau. Damit wurde dieser zu einem der mächtigsten Männer im Reich und zu einem der wichtigsten Verbündeten des von den Staufern bedrängten Kaisers. Knapp drei Jahre später gebar die Kaisertochter einen Sohn, Heinrich, der sich später Heinrich der Löwe nennen sollte. Nicht nur für den Stauferherzog Friedrich, sondern auch für seine Frau Judith, die Mutter Barbarossas, muss diese Einheirat Heinrichs des Stolzen ihres eigenen Bruders in das verfeindete Haus Sachsen eine ungeheuerliche Kränkung dargestellt haben. Der Bruch zwischen den beiden großen Adelsgeschlechtern der Staufer und der Welfen trat damit nicht nur wieder zu Tage, sondern wurde so vollends besiegelt. In dieser Zeit erbitterter Familienzwiste, blutiger Kämpfe und zermürbender Belagerungen wuchs Friedrich Barbarossa auf. Als Achtjähriger erlebte er mit seiner Mutter Judith die Belagerung Speyers, der Stadt, in der die Salierkaiser ihre letzte Grablege hatten und mit der sich die Staufer darum seit jeher verbunden fühlten. Es war Winter geworden und seit Pfingsten hatten die Truppenkaiser Lothars Speyer belagert, das die Staufer in ihre Gewalt gebracht hatten. Geschwächt von Hunger und Kälte übergaben die Einwohner Speyers ihre Stadt schließlich dem Kaiser. Wie durch ein Wunder überlebten Judith und ihr Sohn, die Friedrich wohl zur moralischen Unterstützung der Bevölkerung und als eine Art Geißel zurückgelassen hatte, die Einnahme und Plünderung der Stadt unversehrt. Wohl auch, weil Judiths Bruder Heinrich mit unter den Belagerern war. Die Staufer aber hatten mit dem Fall Speyers Anfang 1130 ihre Macht im Reich verloren. Nur wenige Wochen nach dieser traumatischen Erfahrung sollte der kleine Friedrich einen noch viel schlimmeren Schicksalsschlag erleben. Er verlor seine Mutter, die kaum 30-jährig plötzlich verstarb. Die Kämpfe innerhalb der staufisch-welfischen Verwandtschaft und die gegen Kaiser Lothar gingen unerbittlich weiter, bis Lothar schließlich mit Hilfe der Welfen die Oberhand gewann. Die Staufer hatten endgültig verloren, als Lothar in Italien Papst Innozenz II. als rechtmäßigen Papst zurück an die Macht brachte und dieser ihn als Gegenleistung schließlich 1133 im Lateranpalast in Rom zum römischen Kaiser krönte. Im Büßergewand und Barfuß leistete Friedrich der Einäugige im März 1135 auf dem Hoftag in Bamberg den Fußfall und bat den Kaiser um Verzeihung. Einige Monate später tat es ihm sein Bruder Konrad demütig nach. Das Reich war geordnet und jetzt rückte Heinrich der Stolze an die zweite Stelle in der Thronfolge. Kaiser Lothar lag bereits im Sterben, als er die Reichsinsignien denn auch seinem Schwiegersohn aushändigte. Doch im Reich galt nicht das Erbrecht, sondern das Wahlrecht und dieses war immer wieder für Überraschungen gut. Wie üblich sollte die Königswahl in Mainz erfolgen. Den Termin für die Wahl hatte man auf Pfingsten 1138 gelegt. In Mainz hatten die Staufer jedoch schon einmal den Kürzeren gezogen. Darum handelten sie diesmal eigenmächtig und sehr rasch. Es gelang ihnen, schon am 7. März 1138 einige wenige Reichsfürsten in Koblenz zusammenzubringen, um den neuen König zu wählen. Heinrich der Stolze war nicht anwesend, da er sich von dem Brandenburger Markgrafen Albrecht, genannt Albrecht der Bär, in erbitterte Kämpfe um Sachsen hatte verwickeln lassen. Der Plan der Staufer ging somit bestens auf. Konrad wurde von den wenigen Anwesenden gewählt und nur einige Tage später in Windeseile in Aachen zum König gesalbt und gekrönt. Die erwarteten Aufstände der übrigen Fürsten blieben aus, und Heinrich der Stolze stand plötzlich alleine da. Als er sich weigerte, dem neuen König zu huldigen, zeigte dieser ihm deutlich, wer jetzt der neue Herr im Reich war. Konrad III. verhängte die Reichsacht über ihn und zwang ihn, die Reichskleinodien auszuhändigen. Friedrich I. Barbarossa war nun mit 15 Jahren der Neffe des Königs. Als junger Mann war er zum Ritter ausgebildet worden und an den Umgang mit Waffen gewöhnt. Lesen und Schreiben konnte er nicht oder nur recht schlecht. Aber er sollte ja auch nicht Mönch werden, sondern Herzog von Schwaben. Es war wichtiger, ein Streitross sowie Schwert, Schild und Lanze richtig zu beherrschen, als den Schreibgriffel. Bis zum Tod Konrads war das Land von ständigen Unruhen und von tödlichen Auseinandersetzungen bedroht. Nicht nur die Welfen sorgten für Aufstände, auch die Zähringer konkurrierten immer wieder mit den staufischen Herrschern. In viele dieser Kämpfe wurde bereits in jungen Jahren auch Friedrich I. Barbarossa hineingezogen, so dass er es gewohnt war, Konflikte mit Waffengewalt, aber auch mit großer List auszutragen. Glaubt man seinem Onkel Otto von Freising, war der junge Friedrich ein überlegener Kämpfer, der sich aber seinen Feinden gegenüber stets großmütig zeigte. He Welf auf der einen und He Weibling auf der anderen Seite war der Schlachtruf, der so oft gehört wurde, dass sich während des gesamten Mittelalters bis in die Renaissance hinein diese uralte Feindschaft zwischen den Welfen und Staufern, alias Weiblingern, halten konnte. Durch den italienischen Sprachgebrauch wurden im Laufe der Zeit aus den Weiblingern die kaisertreuen Ghibellinen, aus den Welfen die papsttreuen Guelfen. 1140 fand im Süddeutschen eine berühmte Schlacht um die Festung Weinsberg statt, die sich in welfischer Hand unter der Führung Welfs VI. dem Bruder Heinrichs des Stolzen befand. Konrad III. belagerte die Festung, war schließlich siegreich, und forderte die Bewohner auf, sich zu ergeben. Für gewöhnlich hieß dies, dass Burg und Stadt nach Abzug aller Bewohner geplündert und danach in Schutt und Asche gelegt wurden. Nicht so Weinsberg. Konrad III. erlaubte nur den Frauen, unbehelligt abzuziehen. Sie dürften sogar mitnehmen, was sie eigenhändig tragen könnten. Auf die Männer dagegen wartete die Hinrichtung. Als die Frauen daraufhin die Festung verließen, trugen sie zur Verblüffung der Belagerer jedoch keinerlei Hab und Gut auf ihrem Rücken, sondern ihre Männer. Konrad muss diese gewitzte und zugleich wagemutige Tat der Frauen so beeindruckt haben, dass er die Männer kurz darauf begnadigte. Die Festung erhielt später den Namen Weibertreu. 1146 gerieten die internen Zwistigkeiten im Reich durch bedrohliche Nachrichten aus dem Heiligen Land ins Hintertreffen. Jetzt galt es, den christlichen Herrschaftsbereich zu sichern, und Konrad wusste, nur wer im Heiligen Land Frieden schaffen konnte, hatte auch die Macht, Kaiser des Weltreichs zu werden. Den Muslimen war es unter Emir Zengi gelungen, die Grafschaft Edessa, einen der schwächeren Kreuzfahrerstaaten, ausgerechnet am Heiligen Abend, dem 24. Dezember 1144, zu erobern. Von diesem Erfolg angestachelt, marschierten sie nun bedrohlich auf Jerusalem zu. In Frankreich lebte zu dieser Zeit einer der eifrigsten Fürsprecher eines neuen Kreuzzuges, der Zisterzienser Abt Bernhard von Clairvaux. Jesusgleich soll er, wie bei der Bergpredigt, von den Anhöhen der Klosterkirche im burgundischen Vesley aus, Tausenden von Menschen gepredigt und sie zum zweiten Kreuzzug aufgerufen haben. Voll glühender Inbrunst nahm der französische König Ludwig VII. zusammen mit anderen mächtigen Fürsten Frankreichs als erster das Kreuz. Wanderprediger versuchten daraufhin, auch in Deutschland die Massen für den Kreuzzug gegen die Ungläubigen zu begeistern. Während des Reichstags, an Weihnachten 1146 in Speyer schließlich, predigte Bernhard von Clairvaux auch vor Konrad III. und dessen Neffen Friedrich, dem späteren Kaiser Barbarossa. Von Gegnern des Kreuzes war da die Rede, die ihr gottloses Haupt erheben und mit der Schärfe ihrer Schwerter sich anschicken, die heiligen Stätten zu besudeln, die nach dem Heiligtum der christlichen Religion lächzen, um das Totenbett des Herrn an sich zu reißen und zu zerstören. Und was tun die, die hier vor ihm sitzen? Was tun sie, die tapferen Männer, die Diener des Kreuzes? Das Heilige vor die Hunde werfen sie und Perlen vor die Säue. Das wirkte. Konrad III. und sein junger Neffe Friedrich nahmen zutiefst erschüttert das Kreuz und versprachen, alsbald zur Rettung des Heiligen Landes nach Jerusalem zu ziehen. Friedrichs Vater dagegen, Herzog Friedrich der Einäugige, hatte ganz andere Sorgen. Er war in der Zwischenzeit so schwer erkrankt, dass er seinen Tod kommen sah. Die Nachricht, dass sein Sohn ohne sein Einverständnis das Kreuz genommen hatte, erschütterte ihn zutiefst. In Briefen überzog er ihn und Konrad mit den bittersten Vorwürfen. Friedrich habe schließlich als sein Erbe und Nachfolger andere und damit wichtigere Aufgaben zu erfüllen. Erst das Einschreiten Bernharz von Clairvaux führte zu einem Einlenken des alten Staufers, der wenig später, Anfang April 1147, starb. Friedrich, sein Sohn, wurde nun Herzog von Schwaben. Im Mai desselben Jahres sammelte sich in Regensburg ein gewaltiges Heer unter dem mittlerweile 54-jährigen Konrad III. Von dort aus begaben sich der König und sein Gefolge auf Schiffe. Das Groh des Heers zog an der Donau entlang durch Ungarn und das Byzantinische Reich und drang vorerst bis nach Konstantinopel vor. Der junge Herzog Friedrich zeigte sich an der Seite Konrads kampferprobt und strategisch geschickt, aber mit Ruhm bekleckerte er sich nicht. Das Heer war ein ungeordneter Haufen und wo Otto von Freising in seiner Chronik noch schreibt, dass sich den Kreuzfahrern wundersamer Weise auch jede Menge Räuber und Landstreicher angeschlossen hätten, sollte dieses angeblich so Wundersame sich schon sehr bald als unheilvoll herausstellen. Plündernd und brandschatzend zogen sie durch die Dörfer des Byzantinischen Reichs, sodass es immer wieder zu Kämpfen zwischen Byzantinern und den deutschen Kreuzrittern kam, die im mazedonischen Adrianopolis schließlich in einem Eklat endeten. Byzantinische Wegelagerer lauerten dem Heer auf und brachten einen Ritter um, der krankheitsbedingt weit hinter dem Heer zurücklag. Der junge Herzog Friedrich geriet darüber derart in Rage, dass er aus Rache und zur Vergeltung ein in der Nähe gelegenes byzantinisches Kloster in Schutt und Asche legen und sämtliche Mönche niedermetzeln ließ. In Otto von Freising's Chronik sucht man diesen dunklen Schatten in Friedrichs Vergangenheit vergeblich. Seine wundersame Rettung in der Katastrophe von Körrobaki dagegen wird äußerst ausführlich beschrieben. Dort, in der Ebene Trakiens, hatte man für den größten Teil des Heeres an einem schmalen Fluss gerade ein Nachtlager errichtet. Friedrich und sein Onkel Welf lagerten mit einem kleineren Teil auf einem Hügel oberhalb der Ebene, als in der Nacht ein solches Unwetter über die Kreuzfahrer hereinbrach, dass der kleine Fluss sich in Kürze in einen gefährlichen, reißenden Strom verwandelte, dem keiner mehr trotzen konnte. Alles wurde fortgerissen, Zelte, Waffen, Pferde, Menschen. Wer keinen Halt fand, ertrank in den eiskalten Fluten. Nur Friedrich und die Seinigen blieben auf ihrem Hügel verschont, weshalb man vom Eingreifen einer göttlichen Majestät zu seinen Gunsten sprach und die wenige Tage vorher hingemetzelten Mönche gerne vergaß. Im Oktober 1147 geriet ein Teil des Heeres, welches König Konrad noch verblieben war, im anatolischen Bergland in einen Hinterhalt von Seltschuken. Man hatte an einem Fluss Halt gemacht, um Wasser zu schöpfen. Das Fußvolk war vollkommen erschöpft, die Ritter von ihren Pferden abgestiegen, als die türkische Reiterei über sie herfiel. Es gab kein Entrinnen für die Deutschen. Ein fürchterliches Morden wütete und neun Zehntel der Truppen Konrads fielen. Nur knapp überlebte Friedrich die Angriffe der berittenen Bogenschützen, sein Onkel Konrad wurde verletzt. Der Kreuzzug war zu einem einzigen Albtraum geworden. Dennoch waren am 24. Juni 1148 endlich alle Kreuzfahrer, auch die aus Frankreich, nach beschwerlichem und verlustreichem Weg in Palästina eingetroffen. In der galiläischen Hafenstadt Akon fand die große Ratstagung statt, bei der im Gefolge König Konrads neben Otto von Freising, Heinrich Jasomirgott, Welf von Bayern, auch der junge Schwabenherzog Friedrich anwesend war. Aus Frankreich nahmen der frömmelnde König Ludwig sowie mächtige Fürsten teil und aus Jerusalem König Balduin III. Zusammen befehligten die drei Könige jetzt das größte Heer, das bis dahin in einen Kreuzzug gezogen war. Da Edessa verloren und zerstört war, beschloss man nun, das strategisch gutgelegene Damaskus in Syrien anzugreifen. Ein völlig unverständliches Vorhaben, denn Damaskus war eigentlich mit den Kreuzfahrern verbündet. Es versuchte gerade, sich gegen einen äußerst mächtigen und aggressiven Gegner im eigenen muslimischen Lager zu verteidigen, Sultan Nur-ed-Din, Sohn des inzwischen verstorbenen Emirs Zengi. Dennoch fand vier Wochen später die Belagerung von Damaskus statt. Während das riesige Kreuzfahrerheer bereits nach zwei Tagen in flimmernder Hitze fast am Verdursten war, weil sich nirgends frisches Wasser auftreiben ließ, rückte Nur-ed-Din mit seiner Streitmacht unerbittlich auf Damaskus vor. Die mächtigen Könige des Abendlandes mussten sich bald ihr chancenloses, unsinniges Vorhaben eingestehen und gerieten in heftigen Streit untereinander. Nach zwei weiteren Tagen sahen sie ein, dass diese Schlacht nicht zu gewinnen sei, und am Morgen des fünften Tages endlich rückte man ab. Der Rückweg nach Jerusalem war mit Leichen gepflastert, denn muslimische Heckenschützen lauerten den Kreuzrittern unerbittlich auf. Das mächtige Heer der Kreuzfahrer war nicht nur stark dezimiert worden, sondern auch vollkommen gedemütigt und demoralisiert. König Konrad hatte genug von diesem Desaster. Er nahm ein Schiff und reiste zusammen mit Friedrich und Heinrich Jasomir Gott nach Konstantinopel ab, wo er sich von den Strapazen des Kreuzzugs erst einmal erholte und sein Bündnis mit dem byzantinischen Kaiser Manuel erneuerte. Unter anderem wollte man den gemeinsamen Feind, den Normannenkönig Rocher von Sizilien, bekämpfen. Heinrich Jasomir Gott, der verwitwete Halbbruder Konrads, bekam während dieses Aufenthalts eine von Manuels schönen Nichten, nämlich Theodora zur Frau. Der junge Herzog Friedrich ist zutiefst beeindruckt von der Pracht und dem Glanz im großen Palast von Byzanz. Die Kinder des Kaisers nannte man die Purpurgeborenen, da sie in einem speziellen Raum ganz aus wertvollem, purpurnen Marmor geboren wurden. Friedrich schlägt das Herz bis zum Hals, als er zum ersten Mal der elfjährigen Nichte des Kaisers, Maria Komnena, begegnet. Noch nie in seinem Leben hatte er ein schöneres und zierlicheres Mädchen gesehen, die ihn den hellhäutigen mit den rotblonden Haaren aus dunklen Mandelaugen neugierig mustert. Am meisten aber fasziniert den 26-Jährigen der Thron des Kaisers, denn es war der sagenhafte Thron des Königs Salomon, wie er schon in der Bibel beschrieben wurde. Er war ganz aus Elfenbein und mit Gold überzogen. Sechs Stufen führten hinauf zu ihm. Neben den riesigen Armlehnen standen zwei furchterregende Löwen und darüber greifen mit weit aufgerissenen, scharfen Schnäbeln und tödlichen Krallen. Setzte sich der Organist des Kaisers an die Orgel und fing zu spielen an, bewegte sich dieser Thron wie von Geisterhand hinauf in eine schwindelerregende Höhe, und die steinernen Bestien gaben dabei ein furchterregendes Gebrüll und Geschrei von sich. Aus dem Weltenbaum, der sich über den magischen Thron spannte, waren plötzlich Vogelstimmen zu hören, die schillernde, künstliche Vögel von sich gaben, während ihre Flügel im Takt der Musik schlugen. Friedrich bedauerte sehr, dass ihn sein Onkel unmittelbar nach diesem Bündnisschluss mit Byzanz in das Reich vorausschickte, denn für Konrad war klar, dass das zerrissene und von Fäden heimgesuchte Deutschland nach zwei Jahren Abwesenheit bestimmt nicht in blühendem Frieden stand. Als Friedrich im April 1149 in der Heimat ankam, musste er auch gleich mit strenger Hand durchgreifen. Dabei wurden viele Ministerialen, die sich bereichert hatten, oder für Missstände verantwortlich waren, ohne Zögern an rasch zusammengezimmerten Galgen aufgehängt. Die nun nach und nach heimkehrenden Kreuzfahrer mussten kleinlaut ihr Scheitern im Heiligen Land eingestehen, so auch Otto von Freising, der aber trotzdem noch ein Gutes im Kreuzzug sehen wollte. Wenn dieser Kreuzzug auch zu keinerlei Erweiterung von Grenzen oder gar zur Steigerung des leiblichen Wohls etwas beigetragen habe, so sei er dennoch gut gewesen für das Heil vieler Seelen. Bernhard von Clairvaux, der eifrigste Verfechter des Kreuzzuges jedoch, schickte dem Papst vorsichtshalber einen Brief zu seiner Verteidigung und verhielt sich für den Rest seines Lebens bemerkenswert still. Zwei Monate vor seinem Aufbruch ins Heilige Land hatte König Konrad damals seinen ältesten Sohn Heinrich auf dem Reichstag in Frankfurt 1147 zum König wählen lassen. Er wollte damit noch vor seiner Abreise seine dynastische Erbfolge sichern. Doch jetzt, 1150, erlitt der König einen herben Schicksalsschlag. Sein Sohn Heinrich starb im Alter von nur 13 Jahren. Als Nachfolger blieb ihm jetzt nur noch sein sechsjähriger Sohn Friedrich von Rothenburg. Der junge Herzog Friedrich von Schwaben, Barbarossa unterdessen, betrieb im Reich eine Politik des Ausgleichs und näherte sich seiner welfischen Verwandtschaft an. Geschickt verstand er es, sich nicht zwischen den Fronten der welfischen und staufischen Konflikte aufreiben zu lassen. Zügig baute er seinen Herrschaftsbereich als schwäbischer Herzog aus. Sein Onkel Konrad verheiratete ihn zudem nach der Rückkehr aus Jerusalem mit der 19-jährigen Erbin des Egerlands, Adela von Voburg. Weitere zwei Jahre später hatte Konrad sein Reich so weit geordnet, dass er endlich einen Italienzug planen konnte, um sich in Rom zum Kaiser des Römischen Reichs krönen zu lassen. Das Einverständnis des Papstes hatte er. Doch es sollte anders kommen. Konrad erkrankte so schwer, dass man schon mutmaßte, sein Erzfeind, der normannische König Rocher von Sizilien, habe gedungene Giftmörder gesangt. Mit letzter Kraft verfügte er die Einberufung eines Reichstags nach Bamberg, zu dem ihn auch Friedrich, sein Neffe, begleitete, der ihm in den letzten Wochen nicht mehr von der Seite gewichen war. Die Reise nach Bamberg sollte Konrads letzte sein. Auf seinem Sterbebett überreichte er seinem Neffen Friedrich die Reichsinsignien und machte deutlich, dass er der geeignete Nachfolger für ihn sei, da sein eigener Sohn Friedrich noch unmündig war. Konrad starb am 15. Februar 1152. Mehrere Fragen stellten sich dem jungen Herzog Friedrich von Staufen nach dem Tod seines Onkels. Würden die mächtigen Fürsten des Reichs dem Wunsch seines Onkels folgen? Das römische Reich war schließlich keine Erbmonarchie, sondern eine Wahlmonarchie. Was war mit seinem 23-jährigen Vetter Heinrich dem Löwen? Dessen Vater war bei Konrads Wahl geschickt ausgestochen worden. Was, wenn der Löwe plötzlich als Gegenkandidat auftreten würde? Der Löwe hatte eine Zähringerin geheiratet und war nun durch seine Ehe mit diesem mächtigen Adelsgeschlecht verbunden, mit dem Friedrich in der Vergangenheit Ärger bekommen hatte. Und sein 37-jähriger Onkel Welf. Für wen würde er am Ende votieren? Vielleicht eher für den Sohn Konrads, den kleinen Friedrich. Er wäre ein willkommener Spielball in den Händen der Mächtigen. Dann noch der Erzbischof von Mainz. Dieser mächtigste der geistlichen Fürsten im Land könnte ebenfalls ein großes Interesse daran haben, den minderjährigen Friedrich zum König zu machen. Um dann selbst als stellvertretender Regent die Strippen zu ziehen. Friedrich nahm sein Pferd und ritt los. Zeit hatte er keine zu verlieren, Versprechungen aber für den Fall seiner Wahl dagegen machte er jede Menge. Seinem Vetter Heinrich dem Löwen versprach er Bayern. Seinen Onkel Heinrich Jasomir Gott, der Bayern von Konrad erhalten hatte, entschädigte er dafür mit dem Versprechen, die Markgrafschaft Österreich zu bekommen, die er zu einem eigenständigen Herzogtum erheben wolle. Seinem Onkel Welf sagte er die reiche Markgrafschaft Tuszien, die heutige Toskana, zu. Außerdem noch das Herzogtum Spoleto und das Fürstentum Sardinien mitsamt Korsika. Das gehörte zwar alles dem Papst, aber wenn er erst einmal Kaiser wäre, so dachte Friedrich, hätte er so oder so das Sagen. Seinen einstmaligen Zähringer Widersacher Berthold würde er im Falle seiner Wahl als Rektor in Burgund und in der Provence einsetzen. Ein jeder dieser Mächtigen im Reich, so Friedrichs Kalkül, sollte aufgrund dieser Versprechungen am entscheidenden Tag seine Stimme für ihn erheben. Sein diplomatisches Können ging auf. Am 4. März 1152 wurde er in Frankfurt zum neuen König des Römischen Reichs gewählt. Die Stimmen, die für ihn riefen, waren am Ende lauter als die des Erzbischofs von Mainz, der, wie erwartet, gegen Friedrich gestimmt hatte und der dafür ein Jahr später, natürlich mit Billigung des Papstes, seinen Bischofsstuhl in Mainz verlor. Als Eckstein habe man Friedrich gesehen, heißt es in Otto von Freisings Bericht über die Königswahl, der als Sohn eines Staufers und einer Welfin nun endlich die Fäden zwischen beiden Geschlechtern beenden und den lange ersehnten Frieden im Reich würde herstellen. Bereits zwei Tage später, am Donnerstag, reiste Friedrich per Schiff von Frankfurt aus über den Rhein hinauf nach Sinzig. Von dort aus waren die weiteren über 100 Kilometer durch teils unwegsames Gelände noch mit den Pferden zu bewältigen. Ein ungeheuerlicher Kraftakt, bedenkt man, dass Friedrich für diese Strecke von Frankfurt bis Aachen gerade einmal drei Tage gebraucht hatte, denn bereits am Samstag traf er in Aachen ein. Es ist Sonntag, der 9. März 1152. Unter Glockengeläut ziehen der künftige König, Bischöfe, hohe Fürsten des Reichs und weitere Edelleute in die Pfalzkapelle in Aachen. Sie sind zahlreich erschienen, trotz der wenigen Zeit, die allen für die Anreise zu diesem Ereignis verblieben war. Freu dich, Stadt Jerusalem, und kommt zusammen alle, singen Chorknaben mit ihren hellen, engelsgleichen Stimmen und Männer mit kontrastierendem Alt von der Empore herab. Aus tiefster Seele verkünden die Gesänge das Wort Gottes von einer Erneuerung der Welt. Erzbischof Arnold von Köln salbt Friedrich und überreicht ihm nacheinander die Reichsinsignien, nämlich den Krönungsmantel, das Reichsschwert, den Reichsapfel, der mit einem Edelstein verzierten Kreuz auf einer goldenen Kugel die Herrschaft Christi über die Welt symbolisiert, das Zepter, das den Herrscherstab darstellt und die heilige Lanze, die ihrem Träger größte Macht und Unbesiegbarkeit verleihen soll. Es ist eine fürchterliche Waffe, an der das Blut Jesu Christi klebt, soll doch ein römischer Legionär mit dieser Waffe Jesus in die Seite gestochen haben, um seinen Tod festzustellen. Friedrich reichte Insignien vorsichtig an die ihn umgebenden hohen Bischöfe und Fürsten weiter. Mit der aus acht Platten zusammengefügten und mit wertvollen Edelsteinen und Emaillplättchen verzierten Reichskrone über die ein kostbarer Goldbügel führt und an deren Vorderseite ein mächtiges goldenes Kreuz steckt, krönt ihn der Erzbischof schließlich zum König des römischen Reichs. Dann geleitet man Friedrich feierlich die Wendeltreppe hinauf ins Obergeschoss. Dort zögert er kurz, hält inne, spürt die Größe dieses Augenblicks. Dann erst steigt er die fünf Stufen hinauf zum steinernen Thron Karls des Großen. Er ist jetzt dessen Nachfolger, der Einiger des Reichs, der von Gott erwählte Stellvertreter des himmlischen Jerusalem. Den Blick geradeaus nach Osten gerichtet, nimmt er nun, ganz König, ganz Herrscher, von den Fürsten und Edlern des Reichs ihre Huldigungen entgegen. Eine jedoch fehlte bei der feierlichen Krönung, Friedrichs Ehefrau Adela von Voburg. Das hatte seinen Grund. Adela soll ihn betrogen haben, und zwar mit einem Bediensteten weit unter ihrem Stand. Für Friedrich eine schwierige Situation. Was sollte er tun? Die übliche Strafe war, die Ehebrecherin mit nichts weiter als einem Strohkranz geschmückt, ansonsten nackt und rückwärts auf einen Esel gefesselt, durch eine johlende Menschenmenge zu treiben. Die Gefahr war nur, dass er selbst als der gehörnte Ehemann dabei eine ziemlich lächerliche und peinliche Figur abgeben würde. Vollkommen unwürdig für einen gesalbten König des Herrn. Es gab nur einen Ausweg. Scheidung. Aber die musste so rechtskräftig sein, dass einer Wiederverheiratung nichts mehr im Wege stehen konnte. Vier Jahre war Friedrich nun schon verheiratet und noch immer war die Ehe kinderlos. Da ein König aber legitime Nachkommen braucht, könnte er die Kinderlosigkeit als Unfruchtbarkeit seiner Frau und somit als Scheidungsgrund angeben. Dass er schon lange keine Lust mehr auf sie hatte, würde er selbstverständlich verschweigen. Doch würde auch die Kirche zustimmen? Die Ehe galt als ein von Gott gestifteter, unlöslicher Bund, eben ein Sakrament. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Der Kreuzzug, die ständigen Streitereien dort im Heiligen Land zwischen dem gottesfürchtigen französischen König Ludwig und seiner aufmüpfigen, leichtlebigen Gemahlin Eleonore von Aquitanien. 15 Jahre lang waren beide verheiratet gewesen. Zwei Töchter hatte sie ihm geboren, aber keine Söhne. Doch am Ende hatte es nur einen einzigen triftigen Grund gegeben, warum der Papst die Ehe geschieden hatte. Inzest. Es wurde nachgewiesen, dass beide miteinander verwandt waren. Das war es. Friedrich ließ umgehend seinen Stammbaum und den seiner Frau peinlichst genau durchforsten, bis die Antwort klar vor ihm lag. Auch er und seine ungeliebte Frau waren miteinander verwandt. Sie hatten dieselben Ur-Urgroßeltern. Das war der sechste Verwandtschaftsgrad und bis zum siebten Grad galt damals eine Heirat zwischen Verwandten als Inzest. Friedrich hatte endlich die Lösung gefunden. Der Weg zu einer neuen Heirat war nun hoffentlich frei. Umgehend ließ er seine Kanzlei nicht nur die Benachrichtigung über seine Krönung zum König an den Papst verfassen, sondern auch sein Scheidungsgesuch. Friedrich ritt nach der Krönung durch sein Reich, begleitet von seinem Onkel Welf und weiteren mächtigen Fürsten. Es galt, den Willen des Königs in Gesetzen zu verankern und diesen Willen notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Im Reich galt damals nämlich die heute sehr archaisch anmutende Sitte einer Auge um Auge, Zahn um Zahn Vergeltung. Es war eine kriegerische Gesellschaft, die es gewohnt war, nach dem Recht des Stärkeren zu handeln. Geschah ein Diebstahl oder ein Verbrechen, ahndete dies der Geschädigte in der Regel selbst. Oder hatte zum Beispiel jemand einen Hörigen umgebracht, so wurde er nicht etwa mit dem Tod bestraft, sondern musste an dessen Grundbesitzer Schadenersatz in Form eines Wehrgeldes einer Art Bußgeld bezahlen. Denn Mord an einem Hörigen galt als Eigentumsdelikt, nicht etwa als Kapitalverbrechen. Getötete Frauen waren in der Regel nur die Hälfte des Bußgelds wert. Dieser Rechtsauffassung setzte Barbarossa nun die Idee des Landfriedens als oberstes Gebot entgegen, mit der er auch die mittelalterliche Fede unterbinden wollte. Von jetzt an sollte in Abstimmung mit den durch Eid an den Landfrieden gebundenen Fürsten die öffentliche Gewalt richten, nicht mehr die private. Jeder Verstoß gegen den Landfrieden sollte geahndet und drakonisch bestraft werden. So sollte zum Beispiel dem, der nicht aus Notwehr handelte, sondern seinen Gegner absichtlich verwundete, die Hand abgeschlagen werden. Oder jeder Dieb sollte gehängt werden, sofern das Diebesgut mehr als fünf Schilling wert war. Lag der Wert darunter, sollte er mit Ruten schlägen und Zangenkniffen bestraft werden. Barbarossas Friedensgesetze galten ab 1152, und zwar für alle, ob nun Graf, Ritter, Kaufmann oder Bauer, gleichermaßen. Mainz, immer wieder Mainz, murrte der König und war äußerst ungehalten. Denn ausgerechnet sein Wunschkandidat für den Sitz des Mainzer Erzbischofs, Arnold von Mainz, war in den Ruf eines Landfriedensbrechers geraten. Barbarossas Onkel, der Pfalzgraf Hermann von Stahleck, war immer wieder in Arnolds Herrschaftsgebiet eingefallen. Es kam zur Fede zwischen beiden, die so eskalierte, dass sie sich gegenseitig mit Plünderungen und Brandschatzungen ihre Territorien restlos verwüsteten. Der König war voller Zorn. Den betagten Erzbischof ließ er ziehen. Er war immerhin ein Mann Gottes. Sein Onkel aber, der Pfalzgraf, musste eine erniedrigende, im Mittelalter jedoch sehr gebräuchliche Strafe über sich ergehen lassen. Seinen zuvor getöteten Jagdhund, das Symbol für Treue und Loyalität, musste er, die Vorderpfoten mit beiden Händen haltend, auf seinen Schultern bei strengster Kälte und Barfuß durch ganz Worms tragen. Damit war er gebranntmarkt. Er hatte seine Ehre und seine Privilegien verloren und musste während dieser demütigenden Schandprozession auch noch die schadenfrohen Schaulustigen ertragen, die ihn mit verrotteten und stinkenden Lebensmitteln oder mit Steinen bewarfen. Auf eine Hinrichtung hatte Friedrich gnädig verzichtet. Friedrich war König der Deutschen und wollte nun mit dem Griff nach der Kaiserkrone auch möglichst schnell zum Herrscher des Abendlandes werden. Denn in der Erhebung zum Kaiser sah er die Gleichrangigkeit mit dem Papst. Wie bereits der Salierkaiser Heinrich IV. glaubte Friedrich an die Zwei-Schwerter-Lehre, wonach Christus Zwei-Schwerter als Symbole der geistlichen und der weltlichen Macht verliehen habe. Eines an den Papst, eines an den Kaiser. Dass die Päpste bisher die Zwei-Schwerter-Lehre vollkommen anders sahen, nämlich der Gestalt, dass der Papst beide Schwerter erhalten habe und das weltliche dem jeweiligen Kaiser überlassen, aber auch wieder zurücknehmen könne, dieser Lesart verweigerte sich Barbarossa mit Leib und Seele. Kaiser und Papst waren für ihn gleichrangig. Und war es nicht so, seit Karl dem Großen? Hatten nicht die Päpste die Kaiser zu ihrem Schutz gebraucht? Doch in Rom saß nicht nur der mächtige Papst, sondern es wohnten dort auch noch die Römer selbst. Und die verstanden nicht so recht, weshalb sie bei der Wahl des römischen Kaisers überhaupt kein Mitspracherecht haben sollten. Zu ihrem geistigen Haupt hatten die Stadtrömer ab 1147 einen Anführer gewählt, der es verstand, das Wort so scharf zu führen, als wäre es sein Schwert. Arnold von Brescia hieß dieser für den Papst äußerst gefährliche Mann. In flammenden Reden predigte er ein christliches Armutsideal und widersprach vehement, jeglicher Befugnis geistlicher Würdenträger, weltliche Macht auszuüben. Davon nahm er auch den Papst nicht aus. Hatte nicht Christus selbst, als er mit der Frage, ob und an wen man Steuern zahlen solle, in eine rhetorische Falle gelockt worden war, sehr geschickt geantwortet, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Bereits 1143 hatten die Bewohner Roms beschlossen, die Ruinen auf dem Kapitol zum Zeichen ihres neu erstarkten Selbstverständnisses wieder aufzubauen. Ruhm und Glanz sollten wieder von diesem Hügel ausgehen, denn schließlich hatte es schon in der Antike der Senat und das Volk von Rom geheißen. Die Lehren Arnolds von Brescia fielen somit auf fruchtbaren Boden. Mit diesem neuen Selbstbewusstsein traten die Stadtrömer durch einen ihrer Abgesandten vor den deutschen König und boten ihm die Kaiserkrone aus den Händen des römischen Volkes an. Auf dem Kapitol wollten sie ihn krönen zum Zeichen der Herrschaft Roms über den gesamten Erdkreis. Als Gegenleistung verlangten sie eine immense Summe Geldes, nämlich 5000 Pfund, was einer recht stolzen Umrechnungssumme entspricht, bedenkt man, dass man damals für ein Pfund bereits wertvollstes Saumzeug für ein Pferd bekam. Ungeduldig fiel der König dem Abgesandten ins Wort. Wir haben viel von der Weisheit und Tapferkeit der Römer gehört. Darum ist es verwunderlich, dass eure Worte aufgrund ihrer arroganten Aufgeblasenheit mehr geschmacklos als weise sind. Der Abgesandte der Stadtrömer musste eine demütigende Rede über sich ergehen lassen, in der Friedrich klar herausstellte, dass Rom und Italien einzig und allein durch die göttlichen Fürsten Karl den Großen und Otto den Ersten und ihre große Tapferkeit von den Griechen und Langobarten befreit wurden und dass das gesamte Gebiet damit den Franken einverleibt worden sei. Der Gesandte zuckte zusammen. So unmissverständlich hatte bislang noch kein deutscher Herrscher seinen Herrschaftsanspruch auf Italien postuliert. Friedrich ging es um die Translatio Imperii, die besagt, dass das Erbe der römischen Kaiser und deren Würde und Rechtsbefugnisse nach dem Untergang des antiken Roms auf ihre Nachfolger die deutschen Fürsten übergegangen sei. Im Winter nach seiner Krönung trat Friedrich also in Verhandlungen mit Papst Eugen dem Dritten. Im März 1153 schlossen beide einen Vertrag in Konstanz, in dem Barbarossa dem Papst Beistand gegen die aufständischen Römer versprach und Schutz vor byzantinischen Truppen. Zudem musste er dem Papst versprechen, keinen Frieden mit dem Normanenherrscher Roger II. von Sizilien zu schließen und die päpstlichen Ehrenrechte, die Petrusregalien, zurückzuerobern und zu schützen. Das waren Rechte wie die Erhebung von Steuern, das Münzrecht und die Nutzung von Abgaben aus Erträgen der Bergwerke, Fischereien oder Salzwerke. Sie standen dem Papst aufgrund einer Art Schlüsselvollmacht zu, die das Papsttum noch vom Apostel Petrus ableitete. Im Gegenzug versprach der Papst Friedrichs Ehrenrechte im Reich zu achten und zu schützen, den römischen Kaiser zu krönen. Nebenbei ging auch die Ehescheidung Friedrichs von Adela von Voburg reibungslos über die Bühne. Papst Eugen III. starb im Juli 1153. Zu seinem Nachfolger wurde ein Engländer gewählt, der einzige übrigens, der je auf dem apostolischen Stuhl sitzen sollte. Er wählte für sich als Papst den Namen Hadrian IV. Im Oktober 1154 machte sich König Friedrich mit nur 1800 Rittern auf den Weg nach Italien. Begleitet wurde er von seinem Vetter Heinrich dem Löwen, damals der mächtigste der Fürsten im Land und darum mit seinen Rittern unabdingbar für den König. Ebenfalls mit nach Italien zogen der bayerische Pfalzgraf Otto I. von Wittelsbach, Friedrichs jüngerer Halbbruder Konrad sowie Berthold von Zeringen. Andere Fürsten des Reichs hatten es vorgezogen in Deutschland zu bleiben, denn die Alpenüberquerung über Tirol und den Brenner war ein mühsames und sehr gefährliches Unterfangen. Dennoch sollte Friedrich in seinem Leben insgesamt sechsmal nach Italien ziehen. Von den Italienern hatte er auch aufgrund seines flammend rotblonden Bartes den Namen erhalten, der ihn so unverkennbar macht. Barbarossa Die meisten der oberitalienischen Städte huldigten dem jungen König. Schon gleich nach der Krönung waren Abgeordnete aus Italien auf den deutschen Hoftagen mit großem Jammern und Klagen erschienen erschienen und hatten Barbarossa auf seine Pflicht hingewiesen, Ordnung und Frieden im Reich zu schaffen. Mailand hatte Como, Lodi, Novara und Pavia unterworfen und in einem grausamen Akt Lodi schließlich bis auf die Grundmauern zerstört. Jetzt war Friedrich endlich hier und gleich nach dem ersten Hoftag auf den ronkalischen Feldern zog er denn auch mit seinem Heer gegen Mailand. Dabei galt es eine riesige Einöde zu durchqueren. Das Heer versank in Schlamm, denn ein kalter Dauerregen hatte den Boden aufgeweicht und bald kamen die Pferde und Panzerreiter des Königs an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Barbarossa geriet ob dieser unerwarteten Behinderung in Rage und man zog plündernd und brandschatzend durch die kleineren Orte und verwüstete das Umland. Bald folgte die Erkenntnis, dass Mailand, eine Stadt von für die damalige Zeit ungeheuer großer Ausdehnung, für sein viel zu kleines Heer uneinnehmbar war. Man zog darum weiter nach Tortona, das mit dem mächtigen Mailand verbündet war und das dem Kaiser mit seinen Geschlechter Türmen, seinen mächtigen Festungen, die weit in den Himmel hineinragten, stolz trotzte. Die Türme waren ein Symbol für Macht und Reichtum der italienischen Adelssippen. Von Mitte Februar bis Mitte April 1155 belagerte Barbarossa Tortona. Die Einwohner leisteten erbitterten Widerstand, obwohl schweres Kriegsgerät vor den Mauern der Stadt aufgefahren wurde. Bogenschützen, Kanoniere und Schleuderer taten ein Übriges. Vor den Toren ließ Barbarossa gut sichtbar für die Belagerten Galgen aufstellen, an die er jeden hängen ließ, der gefangen genommen werden konnte. Schließlich griff man zum letzten Mittel. Ein Brunnen war den Belagerten noch als noch als Trinkwasser geblieben. Um diesen entbrannte ein blutiger Kampf, bis es schließlich einigen von Barbarossas Mannen gelang, bereits verweste Leichen von Menschen und Tieren hineinzuwerfen, die schnell das Wasser vergifteten. Tortona musste am Ende kapitulieren, die Stadt wurde geplündert und die ausgehungerten Einwohner vertrieben. Am 24. April ließ Barbarossa sich in Pavia, der alten Langobartenpfalz, siegesgewiss und gut gelaunt die eiserne Krone der Langobarten auf sein Haupt setzen. Auf der Weiterreise machte Barbarossa Halt in Bologna. Dort hatte sich bereits um das Jahr 1100 im Kreis um den Rechtsgelehrten Inerius eine Schule der Rechtswissenschaft etabliert, deren exzellenter Ruf ihr in alle Länder vorausgeeilt war und die scharenweise Studenten anzog. Inerius hatte als erster Rechtswissenschaftler das römische Recht, das Corpus Juris, das im Auftrag Kaiser Justinians aus Kaiser erlassen seit der Zeit Hadrians zusammengestellt worden war, neu entdeckt und gründlich überarbeitet. Er erkannte mit Erstaunen, wie weit und vorbildlich dieses römische Recht fundiert war, sodass er einfachere Gesetzestexte, die aus dem Norden des Reichs, zumeist aus Deutschland gekommen waren, als Barbarengesetze bezeichnete. Irnerius war es damit gelungen, die Rechtswissenschaft in Bologna als unbestechliche, von kirchlicher wie weltlicher Beeinflussung unabhängige Institution zu etablieren. Dafür war er zwar exkommuniziert worden, aber das hatte seinem Ruf keinen Abbruch getan. Sein Lebenswerk wurde jetzt fortgeführt durch vier Doktores. Für Barbarossa muss die Begegnung mit diesen Rechtsgelehrten wie eine Erleuchtung seines eigenen Standpunktes gewesen sein. Verstanden sie es doch, seine Machtbefugnisse und seinen Herrschaftsanspruch unmittelbar aus dem römischen Recht herzuleiten und nicht etwa aus einem Gnadenakt des Papstes. Denn noch etwas legten diese alten Gesetzestexte fest, die Lex Regia, das alte Recht des Herrschers, nachdem es heißt, was dem Herrscher gefällt, ist auch Gesetz, da das Volk ihm und auf ihn alle seine Macht und Gewalt übertragen hat. Es ist Anfang Juni 1155. Hoher Besuch kündigt sich im Heerlager des Kaisers in Sutri, nördlich von Rom an. Papst Hadrian IV. hat sich zusammen mit seinen höchsten Würdenträgern, Kardinälen und Bischöfen auf den Weg zum künftigen Kaiser gemacht. Ein offizieller Empfang Barbarossas in Rom schien dem Papst wegen der dortigen Aufstände und der Bedrohung durch normannische Truppen aus dem Süden viel zu gefährlich. Doch kaum angekommen, kommt es zum Eklat. Barbarossa verweigert dem Papst den traditionellen Marschall- und Stratordienst. Der bestand darin, das Pferd des Papstes eine festgelegte Strecke lang am Zaum zu führen und danach seiner Heiligkeit den Steigbügel zu halten. Stocksteif steht Barbarossa einfach da und bewegt sich nicht. Bestürzt wenden sich die Kardinäle und Bischöfe ab und reiten erst einmal panisch in gestrecktem Galopp davon. Wer weiß, was diese Barbaren aus dem Norden mit ihnen Vorhaben. Der Papst selbst ist verwirrt, auf das tiefste gekränkt und steigt nun eigenhändig vom Pferd, um sich auf dem für ihn bereitgestellten Thron niederzulassen. Den traditionellen Fußkuss allerdings führt Barbarossa aus. Eine Gelegenheit für den Papst, sich zu rächen. Statt ihn aufzuheben und ihm nun selbst den Friedenskuss zu geben, lässt er Barbarossa einfach vor sich im Staub knien. Fortan ist die Stimmung gespannt. Im königlichen Zelt kommt es wenig später zu hitzigen Diskussionen zwischen Barbarossa und seinen engsten Beratern. Ich bin der von Gott und den deutschen Fürsten erwählte König und Kaiser. Ich verdanke meine Erhebung der Gnade Gottes und der der Fürsten, nicht aber dem Papst. Ich werde mich darum nicht zu seinem Stallknecht oder Steigbügelhalter degradieren lassen, um es klarzustellen, ich bin kein Lehensmann oder Untertan des Papstes. Barbarossa ist aufgebracht. Seine Berater versuchen ihn umzustimmen und einzulenken. Der Papst beruft sich auf die konstantinische Schenkung, wonach der künftige Kaiser dem Papst quasi nur symbolisch verpflichtet ist. Es ist doch nichts ehrenrühriges dabei. Doch Barbarossa lacht nur verächtlich. Die konstantinische Schenkung ist doch ein Witz. Dieser Bote der Stadtrömer konnte der nicht nachweisen, dass sie eine Fälschung ist und dass selbst die Marktweiber Roms dies längst als Tatsache wie die Spatzen von den Dächern pfeifen. Heinrich der Löwe schüttelt den Kopf. Dann, mein lieber Vetter, müsstest du dir folgerichtig die Krone von den Stadtrömern auf dein Haupt setzen lassen, weil der Papst sollte die Schenkung eine Fälschung sein, gar nicht das Recht hätte, dir die Krone zu verleihen. Für einen Moment herrscht betretene Stille. Womit wir wieder beim Anfang wären, seufzt Konrad Friedrichs Halbbruder und die ganze Translatio Imperii fragwürdig würde. Eine Krone verliehen von den Ziegen und Schafhirten Roms, denn was sonst sind diese Stadtrömer? Das wäre doch der Untergang. Davor bewahre uns Gott, stöhnt Otto von Wittelsbach erschrocken auf, denn wenn das Römische Reich untergeht, ist das Weltende gekommen, du aber bist der Garant für den Fortbestand bis zur Wiederkehr Christi. Wütend erhebt sich Barbarossa von seinem Sitz. Der Papst soll erst diese Bildunterschrift im Lateranpalast überstreichen lassen, dann lasse ich mit mir reden. Das also war der Stein des Anstoßes. Im päpstlichen Palast, so hatte man ihm berichtet, hänge nämlich ein Fresko, auf dem Lothar der Dritte unterwürfig vor dem Papst knie. Es trage die Überschrift »Der König kommt vor die Tore, beschwört zunächst die Rechte der Stadt, wird dann des Papstes Mann, von ihm erhält er die Krone.« Es sollte einen ganzen Tag lang dauern, bis Barbarossas Berater den Papst davon überzeugen es besser sei, dieses Ärgernis zu beseitigen. Erst nach dessen halbherzigem Abnicken gelang es ihnen, Barbarossa zum Ehrendienst für den Papst zu überreden. Es war nun einmal Brauch, die Kaiserkrone konnte nur der Papst verleihen. Hadrian erschrickt, als Barbarossa ihm endlich, aber mit einem recht brutalen Ruck den Steigbügel herabzieht. Auf dem Weitermarsch nach Rom schließlich fiel dem Heer der römische Auffrührer Arnold von Brescia in die Hände, der von Papsttreuen aus Rom vertrieben worden war. Er wurde gefangen genommen, dem römischen Präfekten übergeben und später in aller Heimlichkeit an einem rasch zusammengezimmerten Galgen hingerichtet. Seine Leiche verbrannte man auf dem Scheiterhaufen. Die Römer erwarteten Barbarossa daher alles andere als freundlich, als er Mitte Juni mit seinem Heer vor den Toren Roms stand. Er lagerte außerhalb auf dem Monte Mario, von wo aus er zum ersten Mal einen Blick auf die ewige Stadt tat. Kolossale Geschlechtertürme über 300 an der Zahl mächtigen Trutzburgen gleich prägten damals das Bild der Stadt. Was vom Glanz des römischen Kaisertums aber übrig geblieben war, lag in Trümmern, verschüttet unter wildwuchernden Gräsern und Gebüsch. Wo einst die Cäsaren wandelten, grasten jetzt Kühe, Ziegen und Schafe. Von der einstigen Größe Roms ließen höchstens noch einzelne Triumphbögen, das Kolosseum und das Pantheon etwas ahnen. Der erste Eindruck für Friedrich war eher schäbig und enttäuschend. Es ist der 18. Juni 1155, ein Samstag. Die Stadttore Roms mit seinen höchstens 25.000 Einwohnern sind für den deutschen König verschlossen. Er hatte es sich schließlich gehörig mit den stolzen Stadtrömern verscherzt. Doch in der Nacht war es einem Großteil der deutschen Truppen unter der Leitung des Kardinals Octavian Monticelli gelungen, heimlich durch ein kleines Tor in die Leostadt einzumarschieren und die Petersbasilika, den geplanten Krönungsort, zu sichern. Barbarossa, der Deutsche, und Papst Hadrian, der Engländer, hatten es nämlich eilig. Eigentlich wäre der Sonntag dem Brauch nach der Tag für die Krönung zum Kaiser gewesen, aber aus Sicherheitsgründen entschloss man sich doch lieber für den Samstag. Am frühen Morgen dieses Samstages war denn auch der Papst in aller Heimlichkeit zusammen mit seinen Kardinälen in der Basilika eingetroffen. Mit einem kleinen Trupp Berittener, darunter sein Vetter, der Kaiserenkel Heinrich der Löwe, reitet Friedrich durch das goldene Tor in die von seinen Truppen abgeriegelte Leostadt ein. Auf den Stufen der Petersbasilika erwartet ihn der Papst. Friedrich lässt sich nieder zum Fußkuss, den der Papst dieses Mal ohne zu zögern mit dem Friedenskuss beantwortet. Dann erhält Friedrich den Krönungsmantel, Schuhe und Handschuhe, bevor er weiter zur kleinen Kirche Santa Maria in Turri direkt neben den Stufen schreitet. Dort gelobt er feierlich, ein rechter Beschützer der Kirche zu sein. Zum Domherrn von St. Peter wird der weltliche König und damit zu einem Kleriker, zu einer Sacra Persona, einer geheiligten Person. Friedrich und sein Gefolge begeben sich anschließend wieder zurück zur Petersbasilika, wo er durch das silberne Tor hindurch ins Innere der großen Kirche tritt. Es ist trotz des Samstags und der gebotenen Eile ein festlicher Augenblick, als er zusammen mit dem Papst auf dem großen roten Porphyrkreis kniet und seine Gebete spricht. Auch Karl der Große hatte dort gekniet, bevor er die Kaiserkrone auf sein Haupt bekam. Friedrich erhält die heilige Salbung jedoch an einem Seitenaltar, nicht am Hauptaltar. Der Papst salbt ihn am rechten Arm, dem Schwertarm und an den Schultern, den Kopf aber lässt er aus. Als er ihn auch noch mit dem gewöhnlichen Exorzismusöl, das eigentlich ein Tauföl ist, anstatt mit dem geweihten und viel wertvolleren Salböl, dem duftenden Chrisma salbt, geht ein erstauntes und mürrisches Raunen durch die Reihen der Deutschen. Friedrich dagegen nimmt alles mit Gelassenheit und großer Höflichkeit hin, Hauptsache gesalbt, nur nicht zu festlich und allzu sakral. Für ihn handelt der Papst nur symbolisch, nicht aber aus eigener Macht. Hiermit hat der Herr dich zum Fürsten über sein Erbe gesalbt, hatte der biblische Samuel zu Saul nach dessen Salbung gesagt, wohlgemerkt, der Herr, nicht irgendein Stellvertreter. Schon die Bibel kannte ja den Unterschied. Während der anschließenden Messe nimmt Friedrich den Ring entgegen, das Schwert, das Zepter und den Reichsapfel und schließlich die Kaiserkrone. Der mittlerweile 32-Jährige hat sein Ziel erreicht. Der Jubelruf der deutschen Ritter hallt durch die ganze Basilika und übertönt sogar für Minuten die Laudes und Gloria-Gesänge des Chors. Auf dem Zugang zu der von den deutschen Truppen noch abgeschirmten Brücke zur Engelsburg hatte sich indessen das römische Volk mit seinen Senatoren versammelt. Die Hinrichtung Arnolds von Brescia und Barbarossas heimliche Krönung hatten die Römer aufgebracht und sie beschließen jetzt den Angriff. Die deutschen Ritter aber sind müde und fühlen sich wie erschlagen von der sommerlichen Hitze. Ihre Rüstungen sind eine schwere Last, die keinen einzigen kühlen Luftzug an die Haut kommen lassen. Doch es hilft nichts, sie müssen zu den Waffen greifen, denn schon drängen die Truppen der Aufständischen über die Tiberbrücke vor und bald sind erste Tote unter den Prälaten der Kirche zu beklagen. Heinrich der Löwe befehligt die deutschen Truppen, die sich nun todesmutig gegen die Angreifer stürzen. Das Wasser des Tibers färbt sich bald rot vom Blut der gefallenen Römer. Über tausend werden es nach Anbruch der Nacht sein und über zweihundert Gefangene sowie unzählige Verwundete. Sie sind dem Ansturm der hochgerüsteten deutschen Panzerreiter nicht gewachsen. Otto von Freising wird in seiner Chronik den deutschen Rittern die zynischen Worte in den Mund legen. Empfange jetzt Rom statt des geforderten Goldes deutsches Eisen. Das ist das Geld, das dir dein Kaiser für deine Kaiserkrone zahlt. So wird von den Franken die Kaiserkrone gekauft. Nach dem Sieg über die Stadt Römer zieht das Heer schließlich in Richtung Süden weiter. Doch es ist Juli und damit sind die Hundstage gekommen. Aus den Sümpfen und den Höhlen der Kampagna steigt schwere, faulig riechende Luft, die sich lähmend auf die geschwächten Ritter legt. Es herrscht eine erdrückende, feuchte Hitze, die jede Bewegung zu einer Qual macht. Seuchen breiten sich im Lager aus. Der Aufforderung Papst Hadrians, das Heer zur Sicherung Italiens gegen den Normanenkönig Wilhelm den Ersten, den Sohn des im Februar 1154 verstorbenen mächtigen Normanenherrschers Roger des Zweiten einzusetzen, kann Barbarossa keine Folge mehr leisten. Zu dezimiert sind die Reihen und zugeschwächt die Männer. Und so ziehen Friedrich und sein Heer wieder nordwärts, plündern unterwegs Städte, Burgen und Befestigungen und fordern das sogenannte Fodrum, eine Art Steuer, die dem durchreisenden Kaiser zusteht und mit der die Versorgung des Heeres und der Pferde gewährleistet werden soll. Die umbrische Stadt Spoleto wird bald die harte Hand des Kaisers zu spüren bekommen, als sie das Fodrum in Falschgeld ausbezahlt und zudem noch frech einen vertrauten Barbarossas als Geisel hält. Barbarossa lässt nicht mit sich handeln. Seine Ritter stürmen die Stadt und richten ein fürchterliches Blutbad an. Der Dom von Spoleto stürzt brennend zusammen und begräbt im Steinhagel viele seiner fliehenden Bewohner. Plündernd und mordend ziehen die Soldaten durch die Stadt. Sie wird dem Erdboden gleichgemacht. Bereits am nächsten Tag verlässt das Heer den Gestank brennender Trümmer und verwesender Leichen und zieht weiter an die Adriatische Küste, wo man sich frische und gesündere Luft erhofft. In der Hafenstadt Ancona holt Barbarossa noch einmal seine Vergangenheit ein. Gesandte des Kaisers aus Byzanz waren gekommen, um das alte Bündnis der Staufer mit den Byzantinern zu erneuern. Auch sie sind in Bedrängnis geraten wegen der Normannen auf Sizilien. Sie bieten Barbarossa Geld an für eine rasche Hilfe im Kampf gegen den Normannenherrscher Wilhelm, den man in Apulien vom Festland verjagen will. Aber Barbarossas Männer sind viel zu erschöpft. Seine Fürsten raten ihm ab und bitten ihn inständig, den Italienzug beenden zu dürfen. Friedrich muss den Gesandten eine Absage erteilen, auch weil er dem Papst im Vertrag von Konstanz ja zugesichert hatte, den Byzantinern keine Möglichkeit einzuräumen, Land in Italien zu erobern. Um das Bündnis mit Byzanz dennoch nicht ganz zu gefährden, schickt er den Abt wiebald von Staplo nach Byzanz. Für den Kaiser soll er dort um die Hand der schönen Kaisernichte Maria Komnena anhalten. Das Heer teilt sich nun bei Ancona. Ein Teil zieht weiter über den großen St. Bernhard zurück nach Deutschland. Ein anderer Teil macht sich auf in Richtung Venedig. Der Kaiser selbst zieht mit einem Teil des Heeres, darunter auch Otto von Wittelsbach, über den Apennin und dann durch die Po-Ebene bis in den Norden nach Verona, wo er auf einem Reichstag die bislang unbesiegbare Stadt Mailand in die Reichsacht stellt. Die Rache der Mailänder folgt auf den Fuß. In der Enge der Veroneser Klause, die auf der einen Seite von steilen Felsabhängen umgeben ist und durch die auf der anderen Seite ein reißender und unpassierbarer Fluss, die Edge, fließt, kommt es zum blutigen Showdown zwischen Veroneser-Truppen, die Mailand unterstehen und dem geschwächten kaiserlichen Heer. Otto von Wittelsbach gelingt in dieser Lage eine äußerst mutige Unternehmung. Mit behelfsmäßig zu Leitern zusammengezimmerten Lanzen kann er mit seinen Männern die steilen Felsvorsprünge erklimmen. Die Angreifer trauen ihren Augen nicht, als sie den Feind weit oben in den Felsen über sich erblicken. Doch es gibt kein Entrinnen mehr, denn schon hagelt es losgetretene Felsbrocken auf die Veroneser. Ein Ausweichen auf den engen Vorsprüngen ist unmöglich. Minuten später stürzen die ersten unter gellenden Schreien und mit zerschmetterten Gliedmaßen hinab in die Schlucht. Nur zwölf der Angreifer überleben, die als Gefangene zu ihrer Hinrichtung mitgeführt werden. Barbarossa sollte diesen wagemutigen Einsatz Ottos von Wittelsbach niemals vergessen. 1180 wird er ihn mit dem Herzogtum Bayern belehnen und damit die über 700-jährige Herrschaft des Hauses Wittelsbach begründen. Wieder zurück in Deutschland wurde Barbarossa auf einen Mann aufmerksam, der nach einer gründlichen Ausbildung an der Domschule von Hildenau und in Paris eine steile Karriere hingelegt hatte. Es war der fast gleichaltrige Reinald von Dassel. Er war hochgebildet und von großem politischen Ehrgeiz. Allerdings auch skrupellos, wenn es galt, die Ehre seines Kaisers zu verteidigen. Seine Eigenmächtigkeiten, die er dabei des Öfteren an den Tag legte, sollten Barbarossa später noch so manches Kopfzerbrechen verursachen. Im Mai 1156 berief er ihn zum Kanzler des Reichs und damit zu einem seiner engsten und einflussreichsten Vertrauten. Aus den Hochzeitsplänen Barbarossas mit der schönen byzantinischen Prinzessin wurde am Ende nichts. Das Bündnis mit Byzanz war hinfällig geworden und zudem waren er und die Byzantinerin noch näher miteinander verband, als er es mit seiner ersten Frau schon gewesen war. Außerdem hatte er jetzt noch eine weitaus bessere Partie in Aussicht. Die 16-jährige Beatrix von Burgund, die ein ziemlich reiches Erbe mit in die Ehe einbrachte, nämlich die Grafschaft Burgund, die sich von den Vogesen bis in die Provence erstreckte. Die Staufer bekamen damit einen großen Gebietszuwachs und Barbarossa zudem eine gewichtige Rolle im Königreich Burgund. Doch damit nicht genug, ihr künftiger Mann bekam auch noch die wunderschöne Stadt Besançon und 5000 Ritter von ihr. Mit dieser stattlichen Mitgift war er seinem Traum vom glanzvollen Römischen Reich in seiner alten Größe ein Stück näher gekommen. Am 17. Juni 1156 heiratete der 34-jährige Kaiser die ungefähr 18 Jahre jüngere Beatrix auf dem Reichstag in Würzburg. Wenige Tage zuvor hatte er sie vom Trierer Erzbischof zur Königin salben lassen, nannte sie aber bereits damals seine allzeiterhabene Kaiserin. Elf Kinder sollte sie ihm gebären, darunter seine Söhne Heinrich VI., der selbst einmal die Kaiserkrone tragen würde, und Philipp, der zum König gekrönt werden sollte. Was nach einem politisch geschlossenen Zweckbündnis aussah, wurde offenbar eine Liebesheirat, zumindest aus der Sicht Barbarossas, denn in seinen Urkunden betitelte er sie zärtlich mit unsere überaus geliebte Gefährtin oder mit allerliebste Gattin. Der rotbärtige Kaiser hatte nicht nur eine kluge und gebildete Frau an seine Seite bekommen, sondern auch noch eine ausgesprochen schöne, die ihm zudem noch völlig ergeben gewesen sein soll. Sie war von zierlicher Gestalt, hatte eine milchweiße Haut und ein hübsches Gesicht, das von langem, golden glänzenden Haar umrahmt war. Wenn sie lachte, kamen in ihrem zierlichen Mund blendend weiße Zähne zum Vorschein, und die Augen strahlten dabei, dass alle Welt sie am liebsten umarmt und geküsst hätte. So der Chronist Acerbus Morena. Barbarossa selbst wird von den Chronisten in nicht weniger attraktiven Bildern geschildert. Ein ehrenvoller und tugendhafter Ritter, der kampfgestählt und charakterstark auch noch optisch ein Bild von einem Mann abgibt. Mittelgroß, strahlende hellblaue Augen, fast blonde an der Stirn gekräuselte Haare, wohlgeformte Lippen und ebenfalls schneeweiße Zähne. Böse Zungen beschrieben ihn allerdings als eher klein und dicklich, nicht besonders schön, mit einem Stirnnacken und ziemlich dicken Waden. Auf sein Äußeres achtete der Staufer jedenfalls sehr und war stets nach der neuesten Mode gekleidet. Denn von seinem ersten Kreuzzug hatte er nicht nur kriegerische Impressionen mitgenommen, sondern auch modische. Dazu gehörten Stoffe wie Seide und der äußerst kostbare mit Silber- oder Goldfäden gewebte Brokat. Damals fing man an, die Körperformen zu betonen. Für die Frauen von Rang hieß das oben eng anliegende Gewänder, die besonders Brust und Taille zur Geltung brachten und die man zusätzlich noch mit Schnüren band. Lange Prunkärmel verdeckten die Arme und oft meterlange schleppen aus kostbarsten Stoffen fielen von ihren Schultern. Auf dem Kopf trugen sie über dem meist langen Haar einen reifenförmigen, oft mit Perlen und Edelsteinen bestickten Kopfschmuck, an dem hinten ein Schleier befestigt war. Doch auch die Männer trugen oben eng anliegende Kleidung, selbst eng anliegende Hosen, den heutigen Leggings sehr ähnlich und zumeist aus weichem Leder. Darüber fielen Röcke, die unten weiter wurden. Der letzte Schrei war, wenn diese geschlitzt waren und den Blick auf muskulöse Beine freigaben. Nach seiner prachtvollen Hochzeit plagten den Kaiser jedoch bald wieder die Sorgen in seinem Reich. Zwei seiner mächtigsten Vassallen, sein Vetter Heinrich der Löwe und sein Onkel Heinrich Jasomirgott übten gewaltigen Druck auf ihn aus. Der Löwe forderte unmissverständlich zusätzlich zum Herzogtum Sachsen das ihm versprochene Bayern hinzu und sein Stiefvater Heinrich Jasomirgott, dessen soziales Prestige im Reich durch seine zweite Ehe mit der Nichte des byzantinischen Kaisers deutlich gestiegen war, wollte hier keineswegs nachgeben und den Kürzeren ziehen. Der Kaiser musste also einen Ausgleich zwischen den beiden streitenden Parteien schaffen. Dieser gelang ihm endlich im September 1156 auf dem Regensburger Hoftag. Heinrich der Löwe bekam als Herzog des eh schon riesigen Gebietes Sachsen, das damals das heutige Niedersachsen, Westfalen, Engern und Ostfalen sowie Holstein und Teile des heutigen Mecklenburgs umfasste, jetzt noch Bayern dazu und wurde damit zu einem der mächtigsten Territorialfürsten ganz Europas. Heinrich Jasomirgott und seine byzantinische Gemahlin Theodora bekamen dafür die Markgrafschaft Österreich, die Barbarossa von Bayern abspaltete und zu einem eigenständigen Herzogtum erhob. Österreich gehörte damit nicht mehr zur Lehenshoheit Bayerns, sondern war unabhängig. Die Urkunde, mit der dies geschah, nennt man Privilegium Minus. Heinrich Jasomirgott und seine Frau machten das noch unbedeutende Wien zu ihrer Residenz und ließen zum Zeichen ihrer neu gewonnenen Macht den Stephansdom in aller Pracht ausbauen. Ganz anders jedoch Heinrich der Löwe. Er befriedigte seinen Expansionsdrang in Bayern mit Gewalt. Er fiel mit seinen Truppen in das Land ein und zerstörte gleich eine Brücke an der Isar, die eigentlich zum Hoheitsgebiet Ottos von Freising, Barbarossas Onkel gehörte. Das kümmerte den Löwen aber nicht, mochte Bischof Otto auch noch so toben und sich beim Kaiser bitterlich beschweren. In der Nähe eines Klosters rammte er 1158 auf freiem Feld sein Löwenbanner in den Boden. Hier sollte gemäß seinem Willen eine neue Stadt entstehen, Munichen, was so viel wie bei den Mönchen bedeutet. Seiner von ihm gegründeten Stadt verhalf er auch gleich mittels einer neuen Brücke über die Isar, die heutige Münchner Ludwigsbrücke, zu Reichtum. Die Berchtesgadener Salzhändler waren dadurch nämlich gezwungen, ihre kostbare Ware, das weiße Gold, jetzt etwas weiter südlich über seine Brücke zu schaffen, anstatt wie bisher über die von ihm zerstörte des Freisinger Bischofs. Und sie mussten noch zusätzlich Abgabezölle für den Durchgang durch sein Hoheitsgebiet bezahlen. Sein kaiserlicher Vetter unterstützte ihn dabei, indem er der neuen Siedlung auch noch das Markt, Münz und Zollrecht schriftlich verbriefte. Mit einer Einschränkung allerdings, einen bestimmten Prozentsatz musste Heinrich an den Freisinger Bischof abgeben. Keine 20 Jahre hatte es gedauert, bis die aus dem Nichts entstandene Siedlung ihre erste Befestigungsanlage errichtet und den Status einer Stadt erhalten hatte. Heinrichs Machtstreben zeigte sich nicht nur in der Stadtgründung Münchens, auch die Siedlung Landsberg am Lech verleibte er sich ein, denn sie lag ebenfalls strategisch günstig an der Salzstraße nach Augsburg. Zu ihrem Schutz ließ er eine Vogtsburg errichten, in deren Umkreis sich Siedler sicher fühlen konnten und sich niederließen. In seinem im Norden gelegenen Sächsischen Reich folgten später die Gründungen der Städte Lübeck, Braunschweig und Schwerin. Auf unzähligen Feldzügen in den Osten des Landes unterwarf er zudem slawische Gebiete nördlich der Elbe, im heutigen Schleswig-Holstein und Vorpommern und verleibte sie seinem Herzogtum Sachsen ein. Bald wurde er aufgrund seines schier unersättlichen Eroberungswahns und seines hochmütigen Auftretens von den übrigen deutschen Fürsten mit wachsendem Misstrauen beäugt. Doch sein Vetter, der Kaiser, hielt nach wie vor seine schützende Hand über ihn. Zum Zeichen seiner Fürstenmacht ließ Heinrich der Löwe in Braunschweig die Burg Dankwarterode wie eine kaiserliche Pfalz ausbauen. Seinem Wappentier, dem Löwen, setzte er 1166 dort ein Denkmal, das dem eines Kaisers gleichkam. Die monumentale Löwenplastik aus vergoldeter Bronze galt als Vollendung mittelalterlicher Kunstfertigkeit. Es war die größte freistehende Figur nördlich der Alpen. Sie symbolisierte Heinrichs Macht, seine Gerichtsbarkeit und seinen Anspruch auf Gleichrangigkeit mit dem Kaiser. Als Heinrich der Löwe sich 1172 als Pilger auf nach Byzanz machte, ließ er sich vom byzantinischen Kaiser wie einen König empfangen, und bald schon rangten sich um seine Pilgerreise sagenhafte Legenden, wie zum Beispiel diese. Auf einer Wüstendurchquerung fand er einen verzweifelten Löwen, der sich in einem Dornengestrüpp verfangen hatte. Ohne zu zögern zog er sein Schwert, um ihn, sein Wappentier, zu befreien, als plötzlich ein bedrohlicher Schatten über beide fiel. Was er sah, ließ ihn das Blut in den Adern gefrieren. Ein Lindwurm von der Größe eines Baums stand da bedrohlich auf seinen vier Beinen, wild mit den Flügel schlagend und bereit, Heinrich mitsamt dem Löwen mit seinem weit aufgerissenen Maul zu verschlingen. Doch Seite an Seite mit dem Löwen gelang es ihm schließlich, die Bestie zu töten. Der Löwe sei ihm danach nach Deutschland gefolgt und ihm bis zu seinem Tod nicht mehr von der Seite gewichen. Noch heute sind seine Kratzspuren am Braunschweiger Dom sichtbar, die das treue Tier hinterließ, als man ihm verwehrte, am Leichnam seines Herrn Wache zu halten. So hatte der Mächtigste unter den Fürsten Europas selbst den König der Tiere gezähmt. Im Oktober 1157 fand im burgundischen Besançon ein Hoftag statt, den keiner, der ihn erlebt hatte, so schnell vergessen sollte. Denn es war dreist, was der päpstliche Kanzler Roland Bandinelli sich im Namen und im Auftrag Papst Hadrians dort angemaßt hatte. Und dies, nachdem der Papst es im Juni des Vorjahres schon einmal gewagt hatte, den Kaiser durch einen vertragswidrigen Friedensschluß mit dem normannischen Usurpator Wilhelm zu provozieren. Eine Ungeheuerlichkeit. Und nun noch das. In einer abgelegenen Kapelle maßregelt der Kanzler des Papstes den Kaiser des Römischen Weltreichs. Es sei eine schreckliche, fluchwürdige Tat, ja ein schändliches Verbrechen, dass gottlose Männer den ehrwürdigen dänischen Bischof Eskil von Lund auf seiner Heimreise von Rom einfach gefangen genommen hätten. Und dass er, der Kaiser, sich in dieser entehrenden Sache nicht aufgerafft habe, seinem Auftrag als Beschützer des Guten nachzukommen. Diese Gleichgültigkeit sei nicht hinzunehmen. In der Tat hatte der Erzbischof von Hamburg-Bremen seinen Glaubensbruder Eskil von Lund mit Gewalt durch Ritter gefangen nehmen lassen, denn dieser hatte die dänische Kirche eigenmächtig, natürlich mit Duldung Roms, aus dem Hamburg-Bremer Hoheitsgebiet gelöst. Roland Bandinelli liest den auf lateinisch verfassten Brief Papst Hadrians langsam und mit einer kaum verhohlenen Genugtuung vor. Die scharfen Worte kommen zeitverzögert bei Barbarossa an, denn sein Kanzler, Reinald von Dassel, muss sie ihm erst Satz für Satz übersetzen. Barbarossas Gefährten mustern ihren Kaiser mit vor Spannung geweihteten Augen. Mit jedem weiteren Satz steigt die Zornesröte in dessen Gesicht auf. »Si majora beneficia, exzellencia tua, de manu nostra suscepisit«. Alles heucht auf. Was zum Teufel redet der päpstliche Kanzler da? Beneficia? Steht da wirklich beneficia? Beneficium konnte sowohl Wohltat als auch Lehen bedeuten. Und Reinald von Dassel übersetzt es so, wie er es empfindet, nämlich als ungeheuerliche Provokation. Er übersetzt es mit Lehen. »Wenn deine Hoheit noch größere Lehen aus unserer Hand empfangen hätte?« Es kommt zu empörten Aufschreien zu einem Tumult, bis Roland Bandinelli in die aufgebrachte Menge ruft. »Ja, von wem hat er denn das Kaisertum, wenn er es nicht vom Papst hat?« Das ist zu viel. Otto von Wittelsbach sieht die Ehre seines Kaisers auf das Tiefste gekränkt und ist nicht mehr zu halten. Mit einem Ruck zieht er sein Schwert und hängt damit im nächsten Augenblick auch schon dem päpstlichen Kanzler an der Gurgel. Alles geht sekundenschnell. Mit ganzer Wucht wirft sich Barbarossa zwischen seinen wild gewordenen Pfalzgrafen und den Kanzler und rettet diesen damit das Leben. Roland Bandinelli wird umgehend des Hoftages verwiesen und zurück nach Rom geschickt. Das Reich ist geheiligt durch Gottes Gnade. Doch Gott hat die Kirche durch das Kaisertum erhöht, betont Barbarossa. Und darum werden ab diesem Reichstag im Jahre 1157 sämtliche kaiserlichen Urkunden vom Sacrum Imperium, dem Heiligen Reich, künden, um so die Gleichrangigkeit des weltlichen Herrschaftsbereichs mit dem des Geistlichen auszudrücken. Dieses geheiligte Reich ist erhaben über jeglichen menschlichen Akt und Willen. Seine Gesetze kommen unmittelbar von Gott. Jedoch die Sorge für diesen göttlichen Staat zu tragen, sei unumstößlich einzig die Aufgabe des Kaisers. Etwa 100 Jahre später, nämlich 1254, wird dieses Reich dann zu einem heiligen römischen Reich werden. Den Zusatz deutscher Nation bekommt es ab 1409 und wird so fast auf das Jahr genau auch 400 Jahre lang heißen, ehe Napoleon ihm 1806 ein Ende bereiten wird. In der Sorge um das Reich, denn Mailand verweigerte dem Kaiser nach wie vor den Gehorsam und hatte erneut das kleine Lodi in Flammen aufgehen lassen, rief Barbarossa zum zweiten Heereszug nach Italien auf. Seine rote Kriegsfahne mit dem silbernen Kreuz darauf hatte er drohend vorausgeschickt, aber die Mailänder hatten nur Hohn dafür übrig. Jetzt sollte die Stadt endgültig unterworfen werden. Wie groß das Heer tatsächlich war, mit dem Barbarossa Ende Pfingsten 1158 vom Augsburger Lechfeld aus loszog, ist nicht bekannt. Es müssen aber mindestens 18.000 bis vielleicht 40.000 Mann gewesen sein. Otto von Freising spricht sogar von 100.000 Mann. Hinzu kamen Ochsen und Pferdekarren, auf denen nicht nur das schwere Belagerungsgerät, Sturmböcke, Katapulte, Leitern, Belagerungsmaschinen und mehr mitgeführt werden musste, sondern auch immense Mengen an Nahrungsmitteln zur Versorgung der Truppen. In vier verschiedenen Kolonnen marschierte man los. Barbarossa befehligte das Hauptheer, das die Route über den Brenner nahm. Die Burgunder und Lothringer überquerten die Alpen über den großen St. Bernhard. Die Österreicher, Böhmen, Kärntner und Ungarn kamen über Friaul und Verona. Franken und Schwaben zogen über Chiavenna und den Comer See. Am 10. Juli trafen die Heere in der italienischen Ebene ein und sammelten sich. Angesichts der gewaltigen Übermacht ergaben sich die meisten italienischen Städte und schlossen sich mit ihren Truppen den kaiserlichen Heeren an. Am 5. August sammelte man sich vor Mailand. Oberbefehlshaber war der Kaiser und Feldherr Barbarossa. Mailand, die Stadt in der Po-Ebene, war damals eine riesige Stadt mit einer Ausdehnung von über 240 Hektar. Ihre Einwohnerzahl war gut viermal so hoch wie die Roms, nämlich an die 100.000. Zu ihrem Schutz war sie von einem riesigen Wassergraben umgeben. Dennoch konnte Mailand der Belagerung am Ende nicht standhalten und musste sich ergeben. Am 8. September zog die Prozession der gedemütigten Mailänder Geistlichen und Bürger vor den Kaiser. Barfuß und in Büßerhemden, die bloßen Schwerter an Seilen um den Hals gehängt, marschierten sie an den sie verhöhnenden Kolonnen des Heers entlang. Barbarossa selbst gab ihnen den Friedenskuss, ließ sich seine Krone auf sein Haupt setzen und zog als Sieger in die Stadt, wo er sein kaiserliches Banner auf der Spitze des riesigen, erst neu erbauten Glockenturms am damaligen Mailänder Dom, der Basilika San Ambrocio, anbringen ließ. Der dann folgende Reichstag im November 1158 auf den ronkalischen Feldern in der Nähe Piacenzas, war einer der prächtigsten seiner Zeit. Barbarossa hatte ein riesiges Feldlager auf der Ebene am Ufer des Po errichten lassen, in dessen Mitte weithin sichtbar sein kaiserliches Prunkzelt einem römischen Tempel ähnlich stand. Alle Würdenträger des Reiches waren erschienen, auch der neu designierte Erzbischof von Köln, Reinald von Dassel, der zu seinem Kanzleramt nun auch noch das Amt des Erzbischofs inne hatte und aus Italien sämtliche Gesandten der großen Städte einschließlich des Vatikans. Der Reichstag sollte nicht nur die klare Macht des Kaisers in Italien wiederherstellen, sondern auch ein einheitliches Gesetz schaffen, an das sich alle zu halten hätten. Die vier klugen Doktores aus Bologna waren eigens dazu angereist und hatten seit ihrer ersten Begegnung mit dem Kaiser nun ein umfassendes Gesetzeswerk ausgearbeitet, das auf den Grundsätzen des alten römischen Rechts beruhte. Damit die misstrauischen Konsulen, Bürger und Lehensherren Italiens diesem Gesetz am Ende aber auch Folge leisteten, wurde der Universität von Bologna als erster in Italien vollständige Autonomie und das Recht zur Selbstverwaltung vom Kaiser gewährt. Was die vier Doktores ausgearbeitet hatten, war ganz im Sinne Barbarossas. Alle Macht lag einzig und allein beim Kaiser. Ob das nun die Vergabe von Regalien, das Recht Pfalzen oder Burgen zu bauen und Städte zu gründen betraf oder die Gerichtsbarkeit und den Bann oder das Recht, Steuern beliebig zu erhöhen oder zu senken. Dies führte natürlich zu Missstimmungen, da die mächtigen Städte, allen voran Mailand, ihre Verwaltung gerne mit eigenen Leuten besetzen wollten und nicht mit kaisertreuen Verwaltungsbeamten, die die Lage vor Ort nicht kannten und sich an Beschlüsse eines Herrschers halten mussten, der sehr bald wieder in den Norden des Reiches verschwinden würde. Ganz zu schweigen vom Papst, den man beim Ausarbeiten des Gesetzeswerkes einfach vollkommen außer Acht gelassen hatte. Doch Barbarossa gelang es, dass in Roncalia dieses umfassende Gesetzeswerk tatsächlich beschlossen wurde. Zwei seiner wildesten und furchtlosesten Hardliner schickte er daraufhin los, um es in ganz Italien bekannt zu machen. Reinald von Dassel und Otto von Wittelsbach. Vor ihnen erzitterte man in Italien, denn beiden war es schon im Vorfeld des Italien-Feldzuges gelungen, Ravenna im Alleingang zu bezwingen. Nur zehn Panzerreiter waren sie damals gewesen, gegen eine schier unglaubliche Übermacht von 300. Todesmutig hatten sie in gestrecktem Galopp und mit angelegten Lanzen einfach die riesige Wand der 300 gesprengt und danach den Bürgermeister gefangen genommen. Jetzt zogen sie erneut mit Feuereifer los. Als die beiden kaiserlichen Vollstrecker, den Mailändern, ihr vom Kaiser verbrieftes Recht, eigene Konsulen zu wählen, jetzt wieder riefen, brachte dies die Mailänder in Rage. Mitten in der Höhle des Löwen, dem Mailänder Dom, saßen Otto von Wittelsbach und Reinald von Dassel, als sie sich mit einer aufgebrachten, zum Lünchmord wild entschlossenen Meute konfrontiert sahen. Raus mit ihnen, los, hängt sie auf, erschallte es im ganzen Dom, und dann hagelte es Steine und andere Wurfgeschosse. Doch in der Nacht gelang es den beiden Wagemutigen als Bettler verkleidet, aus Mailand zu entkommen. Das kleine Crema, 40 Kilometer südöstlich von Mailand gelegen, hatte sich einen tödlichen Fehler geleistet. Es hatte sich mit dem großen Mailand gegen Cremona verbündet. Doch die Cremoneser hatten schnell herausbekommen, dass der Kaiser Geld für seine riesigen Truppen brauchte, und so boten sie ihm 15.000 Silbermark für ihren Schutz an. Da der Kaiser Mailand noch nicht wieder belagern wollte, billigte er den Handel und griff das kleine, widerspenstige Crema an. Aus Deutschland trafen zu diesem Zeitpunkt gerade neue Truppen ein, Heinrich der Löwe mit eigenem Heer und Kaiserin Beatrix selbst ebenfalls mit eigenem Heer. Crema leistete einen geradezu heroischen Widerstand, mit dem Barbarossa nicht gerechnet hatte. Es war ein gewaltiges Waffenarsenal, das er auffahren ließ. Riesige Belagerungstürme mit zum Teil sechs Stockwerken wurden zusammengezimmert. An deren Front waren Eisenplatten zum Schutz der Bogenschützen angebracht. Schweres Gestein mit bis zu 30 Zentnern Gewicht wurde für die Wurfmaschinen herangerollt. In der Stadt heizten die Verteidiger riesige Kessel an, um darin Pechlava zu kochen, mit der man die Angreifer verbrühen wollte. Ein fürchterlicher Kampf entbrannte, und je länger er dauerte, desto grausamer und unerbittlicher wurde er. Es war der entmenschlichte Wahn, der hier bei Crema seinen Einzug hielt. Vor den Augen der Bewohner wurden Gefangene gekoepft und dann mit ihren Köpfen gespielt, als wären es Handbälle. Die Bewohner indes zerstückelten ihrerseits die Gefangenen und warfen deren Gliedmaßen auf die Angreifer herab. Als die Wurfgeschosse aus der Stadt die riesigen Belagerungstürme umzuwerfen drohten, griff Barbarossa zum, wie er glaubte, letzten Mittel. Er ließ Gefangene, darunter sogar Kinder, an die vorderen Frontplattenfesseln, gut sichtbar für die Stadtbewohner, von denen er glaubte, sie würden kaum auf ihre Väter, Brüder oder Söhne schießen. Doch es war ein einziger Blutrausch. Die menschlichen Schutzschilde wurden weiter beschossen, das Jammern und die Schmerzensschreie gingen im Kriegslärm unter. Als die Nacht hereinbrach, drückte man den von den Geschützen aus der Stadt bereits schwer verwundeten, auch noch brennende Fackeln in ihre gefesselten Hände. Aber auch dieser grauenvolle Anblick konnte dem Töten keinen Einhalt mehr gebieten. Erst nach sieben Qual und leidvollen Monaten gab Krämer endlich auf. Seitdem sprach man in Italien von der deutschen Raserei, dem Furor Teutonicus, das zum geflügelten Wort wurde für die ungeheure Aggression und Grausamkeit der Deutschen. Auch Mailand blieb davon nicht mehr verschont. Ohne jegliche Gnade wurde es 1162 dem Erdboten gleichgemacht. Am 1. September 1159 starb Papst Hadrian IV. Am 7. September sollte der neue Papst gewählt werden. Einmütig sollte dies geschehen, aber das war nicht der Fall. Die Mehrheit wählte den ehemaligen päpstlichen Kanzler Roland Bandinelli, eine Minderheit den kaisertreuen Kardinal Octavian Monticelli. Er hatte damals die Truppen Barbarossas anlässlich dessen Wahl zum Kaiser in die Leostadt geführt. Roland Bandinelli nannte sich Alexander III. und bestand darauf, der rechtmäßig gewählte Papst zu sein. Octavian Monticelli nannte sich Victor IV. und sah sich dagegen als den rechtmäßigen Papst. Ausgerechnet der ehemalige päpstliche Kanzler Roland Bandinelli. Otto von Wittelsbach verdreht die Augen und tobt. Hätte ich ihm doch damals in Besançon das Schwert einfach in seinen aufgeblasenen Wanst gerammt. Der Kaiser nickt und erwidert, die Wahl hätte einstimmig erfolgen müssen, denn auch Gott hat schließlich nur eine einzige Stimme. Unsere Getreuen haben Monticelli gewählt, aber sie wurden von diesen italienischen Ketzern überstimmt, die Bandinelli auch schon gleich den roten Papstmantel umgehängt haben. Wütend läuft der Kaiser in seinem Prunkzelt vor Crema auf und ab. Aber Monticelli hat ihn ihm wieder von den Schultern gerissen und sich selbst umgehängt. Und Gott sei Dank konnte ich mit meinen Truppen für seine anschließende Intronisierung sorgen, betont Otto von Wittelsbach seine Rolle als Papstmacher. Ich habe da einen Vorschlag, sinniert Reinald von Dassel in kühler Gelassenheit. Und der wäre, fragt der Kaiser noch immer wütend und gereizt. Reinald antwortet ihm in aller Ruhe. Wir lassen unseren Papst offiziell weihen. Keine schlechte Idee, pflichtet ihm der Kaiser bei. Immerhin wurde er von unseren Anhängern ja bereits intronisiert. Aber Rom kommt ja wohl dafür nicht in Frage. Nein, denn dort hockt ja jetzt leider schon dieser Bandinelli, höhnt Reinald von Dassel und fährt fort. Aber Rom brauchen wir auch gar nicht. Wir gehen nach Latium und lassen ihn einfach in der mächtigen Abtei von Farfa weihen. Die dortigen Mönche waren schon immer auf unserer Seite. Der Kaiser zweifelt plötzlich. Wir haben übersehen, dass wir dann ja als Schismatiker gelten. Reinald von Dassel fährt ungerührt fort. Wir brauchen doch nur den Spieß umzudrehen. Wie das? fragt Barbarossa. Na ja, ganz einfach, antwortet sein Kanzler. Wir berufen eine Synode ein, und zwar in Pavia. Alle müssen erscheinen, Bischöfe, Kardinäle, unsere kleinen Provinzkönige aus England und Frankreich und auch diesen selbst ernannten Papst Alexander lassen wir in Pavia antanzen. Der erscheint dort doch nie und nimmer, erwidert der Kaiser. Es sei denn, er will seinem nutzlosen Leben ein Ende setzen. Eben, grenzt der Kanzler vergnügt. Der Kaiser sieht ihn ungläubig an. Du willst ihn umbringen lassen? Aber nein, beruhigt ihn Reinald von Dassel. Ich baue darauf, dass er gar nicht erst erscheinen wird. Der Kaiser ist verblüfft. Doch dann versteht er. Das wäre dann nicht nur Majestätsbeleidigung, sondern auch noch ein offenkundiger Akt verräterischer Gesinnung, grinst er vergnügt und ahnt jetzt, worauf sein Kanzler hinaus möchte. Denn schließlich wollen wir mit der Synode eine Spaltung der Kirche verhindern. Wenn er nicht kommt, zeigt er, dass er es ist, der das Schisma um jeden Preis will. Richtig, nickt Reinald von Dassel eifrig, und darum können wir danach vor aller Augen und in vollem Recht den Kirchenbann über ihn verhängen. Otto von Wittelsbach staunt nicht schlecht. Den Kirchenbann über den Papst verhängen? Ja, warum denn nicht, erwidert Reinald von Dassel. Wir haben doch bereits einen Papst, nämlich unseren Viktor, und er ist der Richtige. Sehr, sehr klug, bekräftigt der Kaiser den Plan seines Kanzlers, und bald darauf werden Einladungen versandt. Die Synode in Pavia fand am 5. Februar 1160 statt. Es kamen wohl an die 60 einflussreiche Bischöfe, aber so wichtige wie der Trierer und der Salzburger hatten nur Legaten geschickt, und die mit Selbstverständlichkeit erwarteten Könige aus England, Frankreich und Ungarn waren gar nicht erschienen. Dass Papst Alexander trotz dreimaliger Aufforderung dem Konzil fernblieb, war dagegen richtig vorausgesagt worden. Viktor IV. wurde nun also offiziell intronisiert. Der Kaiser leistete ihm bereitwillig den Stratordienst und konnte es kaum erwarten, bis der neue Papst den Bannfluch über Alexander aussprach und anschließend in einer dramatischen Geste die Kerzen zu Boden warf. Schon bald nach dieser Synode in Pavia machte ein empörtes Rundschreiben eines der berühmtesten Theologen der damaligen Zeit des Engländers Johannes von Salisbury die Runde. Darin hieß es, wer hat die Deutschen zu Richtern über die Nationen bestellt? Wer hat diesen plumpen und wilden Menschen das Recht gegeben, nach ihrer Willkür einen Herrn über die Häupter der Menschen zu setzen? Dadurch ermutigt, berief Alexander im Herbst 1160 in Toulouse nun ebenfalls eine Synode ein. 100 Bischöfe erschienen dort und nun auch die Könige von Frankreich und England, sowie ein Legat des spanischen Königs und sogar die Patriarchen von Jerusalem und Antiochien. Sie alle stellten sich auf die Seite Papst Alexanders. Barbarossa hatte sich mit seiner imperialen Kirchenpolitik also gehörig verstiegen. Am 24. März 1161 bannte Papst Alexander III. in Mailand den Kaiser, den Gegenpapst Viktor und seinen erklärten Todfeind Otto von Wittelsbach. Zwei Jahre später sollte er auch von seinem sicheren Exil in Frankreich aus Reinald von Dassel in den Bann stellen. Auch nach dem Tod des Gegenpapstes Viktor IV. 1164 ging das Schisma weiter. Denn eigenmächtig und ohne Rücksprache mit dem Kaiser hatte Reinald von Dassel erneut einen kaiserlichen Getreuen als Papst eingesetzt. Guido, den Kardinal von Crema, der sich Papst Paschalis III. nannte. Der Kaiser war wütend. Jetzt hatte sein Kanzler den Bogen deutlich überspannt. Denn das ärgerliche Schisma, das mit dem Tod Viktors hätte beigelegt werden können, blieb nun weiter bestehen. Doch vorerst musste Barbarossa zähneknirschend diesen neuen Gegenpapst akzeptieren, wollte er nicht vor der Weltöffentlichkeit sein Gesicht verlieren. Reinald von Dassel aber kostete diese Eigenmächtigkeit sein Kanzleramt. Dennoch blieb er als Erzbischof von Köln seinem Kaiser treu ergeben. Paschalis III. konnte erst nach der Eroberung Roms 1167 offiziell auf dem apostolischen Stuhl intronisiert werden. Das Reich war heilig, aber es gab keine Heiligen darin, die die Gottesunmittelbarkeit der Herrschaft Barbarossas wirkungsvoll hätten untermauern können. Anlässlich der Zerstörung Mailands aber hatte sich plötzlich eine glückliche Fügung ergeben. Reinald von Dassel, damals noch in Ehren, fand dort unter dem Fußboden der abgelegenen Kirche des heiligen Eustorgius, in der die kaiserlichen Truppen bereits plündernd die Schätze abtrugen, einen Marmorsarkophag. Darin befanden sich drei Skelette, die selbst zwar schon recht verwittert waren, deren Kleidung aber seltsam fremdländisch, ja orientalisch erschien. Das, so versicherte man ihm, seien die Gebeine der heiligen drei Könige. Die Geschichte, die man ihm dann auftischte, konnte er zwar selbst kaum glauben, aber in einer Zeit der Wunder und Mysterien erschien sie ihm wie eine Erleuchtung, denn diese drei Heiligen waren das letzte Steinchen im Mosaik des Heiligen Reiches, das ihm noch fehlte, um seinen Kaiser als alleinigen Mittler zwischen Gott und den Menschen zu inszenieren. Seit über 700 Jahren befänden sie sich in der Kirche, man habe sie nur leider vergessen. Kein Wunder, denn in der Bibel sind die drei gar keine Könige, sondern Magier, und über die Zahl schrieb Matthäus in seinem Evangelium auch nichts. Doch über die Jahrhunderte waren sie das Symbol der drei Menschenrassen, aus dem Stamm Noas und dessen drei Söhnen Sem, Ham und Japheth geworden. Jeder der drei Magier stand für einen der damals bekannten Kontinente, nämlich Europa, Asien und Afrika. Welcher Zufall nun diese drei Magier, die aus unterschiedlicheren Himmelsrichtungen kaum noch hätten kommen können, alle zugleich in einen einzigen Sarg brachte, hinterfragte man lieber nicht. Die Legende gab da bessere Auskunft. Die Gebeine seien in einem einzigen Grab in Jerusalem aufgefunden worden. Kaiserin Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, habe sie daraufhin nach Konstantinopel gebracht und später dem heiligen Eustorgius geschenkt, der sie von Konstantinopel erst auf dem Seeweg und dann auf einem Ochsenkarren über die Abruzzen transportiert haben soll. Kaum habe er es geschafft, den Sarg entlang der schroffen Kalksteinwände hinauf auf das Hochplateau zu schaffen, sei er von einem Wolf angefallen worden. Das ausgehungerte Tier habe seine Ochsen getötet, doch dann habe es sich wie durch ein Wunder an ihrer Stadt vor den Karren spannen lassen und habe die Gebeine der Heiligen bis nach Mailand gezogen. Reinhard von Dassel raubte den Mailändern die Reliquien und übergab sie dem Kaiser. Der wiederum schenkte sie ihm, und so kamen die drei Heiligen durch diesen spektakulären Kirchenraub nach Köln, wo Reinhard sogleich einen wertvollen Schrein für sie anfertigen ließ, die größte und bedeutendste Goldschmiedarbeit des Mittelalters. Der Pilgerstrom, der sich in Reinhards Stadt ergoss, war so groß, dass er nach dem Brand der alten Basilika beschloss, einen riesigen, fünfschiffigen Dom errichten zu lassen. Dieser Kölner Dom sollte über 300 Jahre bis zu seiner Fertigstellung brauchen. Barbarossa selbst hatte auch noch einen Trumpf in der Hand, der die Sakralisierung des Reichs fest untermauern sollte. Es war ein weiterer Raub, kein Kirchenraub allerdings, sondern ein Königsraub, denn er machte aus dem Europäer Karl dem Großen, dem einstigen Vater Europas, einen deutschen Reichsheiligen, indem er ihn dreist den Franzosen einfach wegnahm. Diese hatten noch rasch versucht, eine Urkunde zu fälschen, in der Karl der Große feierlich erklärt haben soll, dass das Kloster Saint-Denis das Oberhaupt aller Kirchen sei und alle Könige dort gekrönt werden müssten. Doch dessen ungeachtet ließ Barbarossa auf dem Aachener Hoftag vom 29. Dezember 1165 die Gebeine Karls des Großen feierlich in der Pfalzkapelle in einen neuen Schrein umbetten und ihn vom Gegenpapst Paschalis III. zum Heiligen erklären. Doch nicht alle sahen in dieser Heiligsprechung auch zugleich die Absolution für die Kirchenspaltung. Die große Seherin und Prophetin Hildegard von Bingen zum Beispiel, die alte Äbtissin vom Rupprechtsberg, warnte den Kaiser mit eindringlichen Worten vor seiner Hybris und forderte ihn auf, das Schisma endlich zu beenden. Der da ist, spricht. Die Widerspenstigkeit zerstöre ich und den Widerstand derer, die mir trotzen. Wehe, wehe diesem bösen Tun der Frevler, die mich verachten. Das, höre König, wenn du leben willst. Sonst wird mein Schwert dich durchbohren. Der Kaiser war jetzt in Deutschland gebunden, denn während seiner Abwesenheit hatte sich Heinrich der Löwe immer mehr wie ein König aufgeführt, was zum Widerstand der anderen Reichsfürsten führte. Barbarossa zog darum, mit seinen Beratern und Panzerreitern von Pfalz zu Pfalz um Reichstage vor Ort abzuhalten. Und tatsächlich gelang es ihm, eine drohende Fürstenkoalition gegen Heinrich den Löwen erfolgreich zu spalten. Kaum war dies geschehen, kamen wieder einmal alarmierende Nachrichten aus Italien. Die Byzantiner hatten erneut Ancona erobert. Papst Alexander III. war aus seinem französischen Exil nach Rom zurückgekehrt und suchte nun den Schulterschluss mit den mächtigen Normannen im Süden des Reichs, die ihn auch sofort bis Rom eskortierten und ihm den apostolischen Stuhl frei hielten. Die wankelmütigen Römer hatten sich nun wieder auf seine Seite geschlagen und Barbarossas Papst Paschalis III. schickte immer dringendere Hilferufe. Zudem hatten die Lombarden sich unter der Führung Veronas zu einem Städtebund zusammengeschlossen, denn sie wollten endlich frei sein und ihre Angelegenheiten nicht mehr unter die Knechtschaft von Fremdherrschern legen. Also zog Barbarossa erneut nach Italien, wo er diesmal sein Heer gleich an mehreren Fronten verteilen musste, in Ancona zum Kampf gegen die Byzantiner, in der Lombardei und zum Marsch auf Rom. Diesen Part übernahm Reinhard von Dassel, der aber schon bald mit seinem Heer in Tusculum vor Rom eingeschlossen war, als er plötzlich unerwartete Hilfe bekam. Erzbischof Christian von Mainz, mehr Feldherr als Bischof, stellte sich vor den Stadtmauern mit seinen Söldnern der überwältigenden Übermacht der römischen Truppen. Reinhard, davon beflügelt, durchbrach mit seinen Panzerreitern die Tore der Stadt und galoppierte nun auch mitten hinein in das römische Heer. Wieder war es der Furor Teutonicus, der die Römer in wilder Panik auseinanderstieben ließ, denn sie waren der Schnelligkeit und der Gewalt des Angriffs nicht gewachsen. Tausende waren gefallen, Rom jetzt eingeschlossen. Es war ein eindeutiger Sieg der Deutschen. Reinhard von Dassel lehnte darum alle Friedensangebote ab und diktierte stattdessen die Bedingungen des Siegers. Der Papst und seine Kardinäle sollten an ihn ausgeliefert werden. Doch der war verhüllt in eine Mönchskutte, bereits aus Rom geflohen. Mitte Juli 1167 zogen der Kaiser und seine Gemahlin zusammen mit Papst Paschalis III. in Rom ein und ließen sich beide am 1. August noch einmal feierlich im Petersdom krönen. Barbarossa war jetzt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Doch bereits am nächsten Tag brach eine fürchterliche Katastrophe über ihn und sein Heer herein. Riesige Gewitterwolken standen über Rom, das unter der Gluthitze des Sommers ächzte und stöhnte. Donnergrollen und Blitze kündigten ein gewaltiges Unwetter an, das sich bald in sintflutartigen Regenschauern über die Stadt und das Umfeld ergoss und unweigerlich den Tod brachte. Ein pestilenzartiger Gestank machte sich breit und die verwesenden Leichen auf den Schlachtfeldern vor Rom sowie Unrat, Schlamm und Myriaden von Fliegen verunreinigten das Trinkwasser. In unglaublicher Schnelle brach eine verheerende Seuche aus, der aber hauptsächlich die Eroberer Roms zum Opfer fielen. Was die Lanzen, Speere, Schwerter und Armbrüste der Römer nicht vermocht hatten, schaffte jetzt die Natur. Geschüttelt von Fieberschüben und entsetzlichen Krämpfen im Unterleib verendeten tausende von Deutschen in der feuchten Hitze Roms. Auch Reinhard von Dassel starb am 14. August 1167. Barbarossas Triumph wandelte sich so innerhalb weniger Tage in eine bittere Niederlage und er musste den Rückweg nach Deutschland antreten. Als Knecht verkleidet entkam er dabei in letzter Sekunde seinen italienischen Häschern. Der Herr hat Friedrich, den Hammer der Gottlosen, zermalmt, schrieb der englische Kirchenfürst Thomas Beckett, ein Anhänger Papst Alexanders III. Noch ein weiteres Mal, nämlich im September 1174, zog Barbarossa nach Italien. Nur 8000 Ritter hatte er bei sich. Die meisten der Fürsten wollten nach der Katastrophe in Rom kein Truppenkontingent mehr stellen. Die Kassen waren leer, die Reihen der eigenen Leute stark dezimiert. Eigene, territoriale Interessen standen vorn an. Loyal dagegen erwies sich der neu designierte Kanzler des Reichs, Erzbischof Christian von Mainz, der zwar als Geistlicher kein Schwert tragen durfte, dafür aber einen Knüppel, mit dem er nicht weniger martialisch umging als andere mit dem Schwert. Der neue Italienzug war notwendig geworden, denn die lombardischen Städte hatten sich zu einem mächtigen Städtebund gegen den Kaiser zusammengeschlossen und bedrohten die Einheit des Imperiums. In einem ungeheuerlichen Akt der Provokationen hatten sie eigenmächtig und ohne Einverständnis des Kaisers eine Stadt errichtet, die sie seinem größten Widersacher Papst Alexander III. widmeten, Alessandria. Diese belagerte Barbarossa jetzt, doch sie erwies sich als unbeugbar. Von ihrer Zerstörung errettet aber soll die Stadt von einer Kuh geworden sein. Rosina, das altersschwache Tier, gehörte einem Bauern, der auf den genialen Einfall kam, dem Kaiser vorzugaukeln, dass die Stadt noch jede Menge an Nahrungsmitteln habe. Man gab dem Tier alles zu fressen, was noch da war. Was nicht mehr hineinging, stopfte man ihm wie einer Gans in den Hals. Dann ging der Bauer mit ihr provozierend vor die Stadt auf eine Weide, wo er auch prompt von den Truppen gefangen und mitsamt seiner Kuh vor den Kaiser geschleppt wurde. Rosina musste leider daran glauben, sie wurde geschlachtet. Als man dabei aber aus ihrem Inneren Riesenmengen von unverdautem Getreide und Heu herausquellen sah, war man überzeugt, die Stadt habe noch so viele Vorräte, um selbst einer monatelangen Belagerung standhalten zu können. Der Kaiser ließ daher sein Heer abrücken. So die Sage. Doch Sagen enthalten ja oft auch einen wahren Kern. Ohne seinen kompromisslosen, stets kampfbereiten Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel zeigte der Kaiser nämlich mehr und mehr jetzt auch seine diplomatische Seite. So war es zu einer Art Vorfrieden mit dem Lombardischen Bund in Montebello gekommen, der den Kaiser veranlasste, einen Großteil seines Heeres zu entlassen. Doch der Frieden scheiterte letztendlich an einigen unvereinbaren Positionen der beiden Parteien. Der Kaiser geriet in Not, denn mit dem verbliebenen Truppenkontingent konnte er nichts mehr bewirken. Da erfuhr er, dass sein Vetter Heinrich der Löwe sich in Bayern aufhielt. Über Jahre hatte der Kaiser ihm, dem mächtigen Territorialfürsten, den Rücken freigehalten, ihn unterstützt und ihm jeden Gefallen gewährt. Jetzt brauchte er dringend auch einmal dessen Hilfe. In Kiavenna fand ein Treffen der beiden statt. Der Löwe sah wohl die Bedrängnis des Kaisers, hatte aber allerhand Ausreden. In seiner Not kniete der Kaiser vor ihm nieder und bat nochmals um Unterstützung. Ein Schritt, der ihm gewiss nicht leicht gefallen sein dürfte. Doch Heinrich der Löwe blieb kalt. Stolz und mächtig forderte er als Gegenleistung die Stadt Goslar mit ihren reichen Silberminen. Doch das konnte der Kaiser ihm nicht auch noch lassen. Wortlos erhob er sich daher, drehte sich um und ging. Heinrich der Löwe hatte zwar keinen Rechtsbruch begangen, aber er hatte Barbarossa zutiefst in seiner Ehre verletzt und brüskiert. Diesen moralischen Fehltritt würde er dem Löwen nicht verzeihen können. In einer offenen Feldschlacht im Mai 1176 bei Leniano, in der Barbarossa die Vermessenheit besaß, mit 8.000 Rittern gegen 16.000 lombardische Ritter anzutreten, stieß er nun erstmals an seine Grenzen. Nicht nur an die seines Heeres, sondern auch an seine ganz persönlichen. Als sein kaiserlicher Bannerträger von einem Pfeil durch Bord fiel, stürzte auch bald darauf der Kaiser von seinem Pferd und wurde darunter begraben. Man suchte ihn inmitten der Verwundeten und der vielen Toten. Vergeblich. Drei ganze Tage galt er als verschollen. Kaiserin Beatrix hatte bereits Trauerkleidung angelegt, als er wie durch ein Wunder in Pavia wieder auftauchte. Die Freude im kaiserlichen Heerlager war groß. Deutlich größer jedoch war der Jubel der Sieger in den italienischen Städten. Weithin sichtbar loderten die Feuer der Siegesfeste und erschallten die Freudengesänge der siegreichen Italiener. Barbarossa war damit in Italien mit seiner imperialen Politik gescheitert, sein Heer vernichtend geschlagen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Schulterschluss mit einem Feind zu suchen, den er über 18 Jahre lang bis aufs Blut bekämpft hatte. Mit Papst Alexander III. Es waren schwierige Verhandlungen, die sich hinzogen, musste man doch auch die widersprüchlichen Interessen der lombardischen Städte mit in den umfassenden Vertrag einarbeiten. Doch am Ende kam es tatsächlich zum Frieden. Es ist der 24. Juli 1177. Der Kaiser legt mit der prachtvollen Staatsgaläre des Doschen am Markusplatz in Venedig an. Drei Kardinäle lösen ihn als erstes aus dem Kirchenbann und geleiten ihn dann, zusammen mit dem Doschen, zum Portal der Markuskirche. Dort wartet Papst Alexander III. auf ihn, umgeben von seinen Kardinälen und Bischöfen. Barfuß schreitet der Kaiser auf ihn zu. In einer Geste der Unterwerfung streift er seinen Königsmantel ab, legt sich dann der Länge nach vor dem Papst auf den Boden und küsst ihm die Füße. Dann kniet er sich vor ihn hin, um ihm die Knie zu küssen. Nicht vor dir, sondern vor Petrus, beuge ich mich, gibt er dem Papst zu verstehen, worauf dieser lächelnd antwortet, aber ich bin Petrus. Und damit hatte Alexander recht, denn 18 Jahre lang hatte er sich als uneinnehmbarer Fels behaupten können und war jetzt der Sieger. Das Schisma war beendet. Aber Barbarossa wäre nicht Barbarossa, hätte er nicht schon die nächste Inszenierung im Auge gehabt, um diese erlittene Schmach aus seinem Selbstbewusstsein zu streichen. Als Pilger besuchte er die neu errichtete Abteikirche in St. Gilles-du-Gar und schritt dort durch das Mittlere der drei Tore, das Ähnlichkeit mit einem Triumphbogen hat. Es war das ausschließlich dem Herrscher vorbehaltene riesige Königsportal. Hier konnte er sich wieder als Erlöser zelebrieren, der in das himmlische Jerusalem eintritt, als dessen Beschützer er sich immer noch verstand. Anschließend ließ er sich im nahegelegenen provenzalischen Arl mit aller Feierlichkeit und mit großem Pomp zum König von Burgund krönen, bevor er im Herbst 1178 nach Deutschland zurückkehrte. Das Reich stand mittlerweile am Rande eines blutigen Bürgerkriegs und man fand auch einen Schuldigen, den mächtigen Reichsfürsten Heinrich den Löwen. Sein Hauptankläger war der Erzbischof von Köln, Philipp von Heinsberg, dem der Löwe wegen seines Machtzuwachses und der ständigen kriegerischen Übergriffe schon seit langem ein Dorn im Auge war. Zu zwei Reichstagen im Januar 1179 in Worms und im Juni in Magdeburg hatte man ihn geladen, aber er war den Einladungen nicht gefolgt, so dass man sich gezwungen sah, die Reichsacht über ihn zu verhängen. Das bedeutete, dass keiner seiner Gefolgsleute ihm mehr Folge leisten durfte. Ja schlimmer noch, dass es im Falle seiner Ermordung keine Strafverfolgung für den Mörder gab. Heinrich beschloss, sich mit dem Kaiser persönlich zu treffen und hoffte wie immer, die Karte der Verwandtschaft und langjährigen Verbundenheit spielen zu können. Doch in Erinnerung an seinen Kniefall lenkte der Kaiser diesmal nicht ein, sondern forderte Geld. 5000 Mark Silber. Das war ein astronomisch hoher Betrag. Heinrich der Löwe hätte diese Summe sogar aufbringen können, aber er sah den Kaiser nur verständnislos an und ging wortlos davon. Auch einer Aufforderung zum dritten Reichstag in Kainer zu erscheinen, ignorierte er. Stattdessen sammelte er seine Truppen und ging in den offenen Kampf. Auf dem Reichstag in Würzburg im Januar 1180 wurde daher die Oberacht über ihn verhängt. Das bedeutete den Verlust aller seiner Lehen, seiner Rechte und seines persönlichen Besitzes. Da er aber auch durch Missachtung der kaiserlichen Majestät seine Pflichten als Lehensmann missachtet hatte, wurde er zusätzlich noch des Majestätsverbrechens angeklagt. Auf Druck der mächtigen Reichsfürsten wurde am 13. April 1180 die sogenannte Gelnhäuser Urkunde ausgefertigt. Damit wurde dem Löwen sein Stammherzogtum Sachsen weggenommen. Einen Teil, nämlich Westfalen und Engern, erhielt der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg, den Rest Bernhard von Anhalt, der Sohn Albrechts des Bären. Nur wenig später wurde Heinrich auch des Herzogtums Bayern verlustig, das Barbarossas loyaler Kampf- und Weggefährte Otto von Wittelsbach erhielt. Als der Löwe sich noch immer nicht geschlagen geben wollte, rief Barbarossa Ende August 1180 zur Reichsheerfahrt gegen ihn auf. Heinrich der Löwe war nun chancenlos der geballten Fürstenmacht ausgeliefert. Auf dem Reichstag in Erfurt am 16. November 1181 musste er sich endlich beugen. Jetzt lag er vor dem Kaiser auf staubigem Boden und musste ihm die Füße küssen. Barbarossa soll Tränen in den Augen gehabt haben, als er ihn zum Friedenskuss aufhob. Doch das Urteil konnte er nicht mehr zurücknehmen. Zwar wurde die Reichsacht aufgehoben und Heinrich konnte auch seinen Hausbesitz, nämlich Braunschweig und Lüneburg, behalten, aber drei Jahre lang musste er ins Exil gehen. Der Löwe hatte zu sehr auf die Milde des Kaisers gesetzt und dabei die Macht der Reichsfürsten unterschätzt. Seine Reue kam zu spät. Zu Pfingsten 1184 lud Barbarossa überboten alle großen Fürsten des Reichs, Erzbischöfe, Äbte, Herzöge, Pfalzgrafen, Landgrafen und deren Vasallen zu einem der größten und prunkvollsten Feste europäischen Ranges, das das Mittelalter je gesehen hatte, dem Mainzer Hoffest, das auf den Wiesen der Mahaue stattfand. Über 20.000 Ritter kamen mit ihren Vasallen und Bediensteten, aber auch die Legaten der englischen, französischen und spanischen Könige sowie der italienischen Städte waren gekommen, sodass manche Quellen von über 70.000 Besuchern sprechen. Bald füllte sich der Platz mit prächtigen Zelten. Für den Kaiser und seine Familie war extra ein Palast aus Holz gezimmert worden, mit einer eigenen Kapelle und einem großen Festsaal. Der Anlass des Festes war die Schwertleite von Barbarossas Söhnen, dem 18-jährigen Heinrich und seinem jüngeren Bruder Friedrich, die anlässlich der Feierlichkeiten in den Ritterstand erhoben werden sollten. Das Kaiserpaar eröffnete das Fest mit einer Messe und trug zu diesem Anlass seine Kronen, die Symbole der Herrscher über das römische Weltreich. Am Pfingstmontag dann schlug Barbarossa seine beiden Söhne eigenhändig zu rittern. Turniere zu Ehren des Kaisers fanden statt, Spielleute, Gaukler und Sänger sorgten für ausgelassene und fröhliche Unterhaltung der Gäste. Doch dieser Machtdemonstration sollte auf dem Höhepunkt der Festlichkeiten ein rasches Ende gesetzt werden. Ein gewaltiger Orkan zog auf, riss die Zelte nieder und die nur notdürftig zusammengezimmerten Holzbauten begruben unter sich ganze Menschenmengen. Wenig später versank die Pracht des Hoftages in strömendem Regen und im Schlamm der aufgewühlten Wiesen, während die Menschen in Panik und rasender Angst versuchten, dieser Naturgewalt zu entrinnen. Als Gottesstrafe sah man dieses Unwetter an, als unheil verkündenden Boten eines nahenden Untergangs. Und auf Barbarossa sollte in der Tat noch im selben Jahr eine persönliche Katastrophe zukommen. Noch einmal musste er den beschwerlichen Weg über die Alpen nach Italien antreten. Es war sein sechster Italienzug. Doch dieses Mal wurde er von den lombardischen Städten mit Jubelrufen und nicht mit Feindseligkeit empfangen. Das Blatt schien sich für ihn zum Guten zu wenden, als ihm ein Bote völlig unerwartet eine fürchterliche Nachricht überbrachte. Seine Frau Beatrix war im November überraschend verstorben. Trotz dieses herben Verlustes setzte Barbarossa in Italien die Absicherung seiner staufischen Dynastie fort. Denn er war mittlerweile immerhin fast 65 Jahre alt. Gegen den Willen des Papstes, Alexander und dessen Nachfolger waren bereits verstorben und nun saß Papst Urban III. auf dem apostolischen Stuhl, arrangierte er die Hochzeit seines Sohnes und Thronfolgers des 21-jährigen Heinrich VI. mit der gut zehn Jahre älteren Konstanze von Haute-Ville. Sie war die Tochter seines ehemaligen normannischen Erzfeindes Rocher II. von Sizilien. Die Mailänder, wo die Hochzeit im Januar 1186 im Dom von St. Ambrocio gefeiert wurde, konnten die gewaltige Mitgift Konstanzes bestaunen. Auf 150 Mauleseln führte sie den normannischen Kronschatz mit sich. Die Heirat seines Sohnes und die Aussicht, diesen damit eines Tages auch auf den normannischen Thron zu bringen, hatten nun etwas Ruhe und Zuversicht in Barbarossas Leben gebracht. Doch schon ein knappes Jahr später wurde er durch eine neue Katastrophe aufgewühlt, die sich im Heiligen Land ereignet hatte. In der Schlacht von Hattin wurde 1187 das gesamte Kreuzfahrerheer des Königs von Jerusalem von einer überwältigenden Übermacht muslimischer Soldaten unter ihrem Feldherrn Saladin vernichtend geschlagen. Und nicht nur das, auch die heiligste Reliquie der Christenheit, das wahre heilige Kreuz, war verloren. Die Muslime hatten es als Kriegsbeute an sich gerissen. Die Ordensritter hatte man niedergemetzelt, Jerusalem und große Teile Palästinas waren für die Christen verloren. Die Hilferufe wurden immer dringlicher, sodass der Papst zu einem neuen Kreuzzug aufrief. Zu dieser Zeit erinnerte sich der Kaiser an einen merkwürdigen Brief, den außer ihm selbst einst auch Papst Alexander III. und der konstantinische Kaiser erhalten hatten. Er stammte von einem Nachfahren der heiligen drei Könige, dem sagenhaften Presbiter Johannes. Dieser sei Priester und König zugleich und zudem Herrscher über 72 weitere Könige in einem sagenhaften Reich im Osten, das sich von Indien bis zum äußersten Osten der Welt erstrecke. Mitten durch sein Reich fließe der Fluss Idonus, dessen Quelle im Paradies liege und dessen Flussbett aus lauter Edelsteinen bestünde. Für Barbarossa hatte dieser König der Könige erreicht, was ihm versagt geblieben war, nämlich die Einheit des Reiches und der Kirche in einer einzigen Person zu verkörpern. Der Priesterkönig habe schon viele erfolgreiche Schlachten geschlagen, so hatte es in diesem alten Brief weitergeheißen, und wolle die Heere der Kreuzfahrer im Kampf gegen die Muslime mit 13 Streitwägen, an denen riesige goldene Kreuze angebracht seien, 10.000 Rittern und 100.000 bewaffneten Fußsoldaten unterstützen. Hatte es dort im äußersten Osten diesen Herrscher wirklich gegeben? Oder gab es ihn vielleicht gar immer noch? Und gab es dadurch vielleicht sogar eine Hoffnung auf die Befreiung Jerusalems? Barbarossa entschloss sich, noch einmal ins Heilige Land zu ziehen. Wie so wollte dieser alte Mann, der von schmerzhaften Gichtanfällen geplagt war, plötzlich diese ungeheuren Strapazen erneut auf sich nehmen? Wer das Kreuz nahm, bekam noch zu Lebzeiten alle seine Sünden erlassen. Fürchtete er sich vor dem Fegefeuer, an das er als strenggläubiger Christ glaubte? Hatte er die gepeinigten Bürger Tortonas, Kremas oder Mailands vor Augen? Sah er in dieser neuen Aufgabe eine letzte Möglichkeit, den Glanz des Kaisertums, den er verloren hatte, wiederzugewinnen? Oder glaubte er tatsächlich diesem Brief, von dem er gehört hatte, und hoffte gar, seine und die Truppen jenes sagenhaften Priesterkönigs miteinander vereinigen zu können? Wie auch immer, auf dem Hoftag Jesu Christi in Mainz am 27. März 1188 nahm er zusammen mit seinem Sohn Friedrich noch einmal das Kreuz. Die Regentschaft in Deutschland übertrug er seinem älteren Sohn Heinrich, den er bereits 1169 im Alter von drei Jahren zum König hatte krönen lassen. Am 11. Mai 1189 brach der Kaiser und Feldherr Barbarossa zusammen mit seinem Heer von Regensburg aus zum dritten Kreuzzug auf. Er selbst und sein Sohn fuhren mit dem Schiff bis nach Wien, und ab da nahmen sie mit dem Heer, das aus 12.000 bis 15.000 Rittern bestand, den Landweg. Partisanen stellten sich ihnen in den Weg, nomadisierende Rotten serbischer und bulgarischer Räuberbanden griffen das Heer an. Weiter südlich trafen sie auf die Byzantiner, die sich aus Angst vor den Seltschuken mit Saladin verbündet hatten und den Durchmarsch des Kreuzfahrerheers mit vergifteten Pfeilen beantworteten. Erst nach Monaten zähester Verhandlungen hatte man endlich erreicht, dass der byzantinische Kaiser Isaak Lastschiffe zur Überfahrt nach Kleinasien bereitstellte. Im März 1190, die Wintermonate hatte man noch in Adrianopel abgewartet, erreichte das Heer über die Meerenge der Dardanellen endlich das asiatische Ufer. Dort aber begann der eigentliche Schrecken. Vorbei an Troja marschierte das Heer über Lydien nun landeinwärts und musste das von Seltschuken beherrschte Gebiet durchqueren. Barbarossa kam vorbei an jenem Schlachtfeld, auf dem er als junger Mann fast sein Leben gelassen hätte. Mit Entsetzen wurde er dort der mittlerweile von der Sonne ausgebleichten Gebeine seiner Gefährten von damals gewahr. Das Heer litt unter der grausamen Hitze und schon bald wurden Lebensmittelvorräte knapp und das Wasser ging aus. Als erstes verdursteten die Pferde und verendeten qualvoll in der prallen Sonne. Um nicht selbst zu verdursten, tranken die Kreuzfahrer deren Blut. Die Ritter, die ständig den Angriffen der Seltschuken aus dem Hinterhalt ausgesetzt waren, mussten zu Fuß und in voller Rüstung weitermarschieren, ja diese zum eigenen Schutz auch bei Nacht tragen. Wer nicht mit dem Hauptheer mithalten konnte, wurde rücksichtslos niedergemetzelt. Schließlich gelang es dem Heer, Ikonion einzunehmen, wo es Wasser und Nahrung gab. Die Einnahme der Stadt war die Verzweiflungstat eines ausgehungerten Heers. Frauen, Kinder, Männer, Christen wie Muslime wurden einfach erschlagen. Schließlich marschierte man weiter in die Ebene von Seloykia. Es war der 10. Juni 1190, als Barbarossa mit einer Vorhut den Fluss Salef überquerte. Wie genau das Unglück geschah, weiß man nicht. Hatte der vom langen Marsch erhitzte Feldherr und Kaiser ein Bad genommen, bei dem er ertrank? War er in einen gefährlichen Strudel geraten? Oder hatte in dem eisigen Gewässer einfach sein Herz versagt? Jeder Versuch jedenfalls, ihn wiederzubeleben, misslang. Als das Heer eintraf, war der Kaiser bereits tot. Sein Leichnam ging, obwohl man ihn zu erhalten versuchte, in den weiteren Wirren des Kreuzzugs verloren. Geblieben aber ist die Küffhäuser-Sage, nach der Barbarossa mit seinem Gefolge in einer unterirdischen Burg im Küffhäuserberg in Thüringen schläft, um eines fernen Tages wieder in das Reich zurückzukehren und es zu neuer Herrlichkeit zu führen. Alle hundert Jahre erwache er, so die Sage, und bitte die Zwerge, die seinen Schlaf bewachen, nachzusehen, ob denn immer noch Raben die Sinnbilder von Zwietracht und Unglück um den Fels flögen. Solange diese Frage bejaht wird, ist ihm die Rückkehr verwehrt, und er muss weitere einhundert Jahre in seinem Schlaf verharren.